Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte, herzlich willkommen zum Remscheider Ärztetag hier aus dem Sana-Klinikum in Remscheid, aus dem Forum Ovale. Die, die sich in den letzten Jahren teilgenommen haben und hier bei uns präsent waren, die kennen die Lokalisation. Wir haben das Glück, dass wir einen relativ großen Raum haben, von dem wir aus senden können und die Veranstaltung durchführen können, auch in den etwas erschwerten Zeiten in der Corona-Pandemie und haben uns eben entschlossen, das Format komplett auf digital umzustellen. Und deswegen möchte ich Ihnen ein paar anfangs ein paar einleitende Worte sagen und Erklärungen sagen, wie es abläuft. Sie haben sich offensichtlich alle erfolgreich angemeldet und sind beim Livestream dabei. Das ist schon mal die erste Hürde, die Sie genommen haben. Zum anderen ist es so, dass wir eine komplett neue Website designt haben. Dafür vielen Dank an Frau Groß, die sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Ich denke, sie ist sehr übersichtlich und sehr schön geworden. Und ich führe Sie mal kurz durch. Wir haben zum anderen natürlich hier oben, das sehen Sie selbst auf Ihrem Bildschirm, stellen Sie hier Ihre Fragen. Wenn Sie dort draufdrücken, öffnet sich ein Fenster, da können Sie Ihre Frage eintippen. Wenn Sie das Fenster wieder loswerden möchten, dann drücken Sie nochmal hier oben auf diesen orangenen Balken, dann verschwindet das wieder. Sie können natürlich einen Vollbildschirmmodus nehmen hier unten, wie üblich, auch wenn Sie Filmchen gucken sonst. Und Sie kommen auch hier auf der rechten Seite, sehen Sie alle beteiligten Referenten. Man kann hier runterscrollen, da sehen Sie alle mit entsprechender E-Mail-Adresse, sodass Sie auch Fragen stellen können an die Referenten. Hinterher nach Ablauf der Veranstaltung, weil unser Livestream bleibt auch hinterher noch on demand eine ganze Weile stehen. Wichtig auch hier dieser Button für die Industrieausstellung. Ich gehe hier mal exemplarisch drauf, habe das zuvor schon mal geöffnet, sodass im Grunde Sie hier die Industriepartner sehen können. Scroll hier mal runter, da sind die ganzen Firmen mit den entsprechenden Ansprechpartnern, die genannt sind und auch Kontakte, wo sich E-Mail-Fenster öffnen, wo Sie eben zu den einzelnen Industriepartnern und Sponsoren Kontakt aufnehmen können und spezielle Fragen zu entsprechenden Themen formulieren können. Auch das übrigens im Nachhinein noch, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, weil ja on demand das Ganze noch stehen bleibt. So viel dazu im Grunde zur Aufteilung des Screens. Und ich hoffe, dass Sie sich mit der Website zurechtfinden. Wenn Sie Fragen haben, gibt es hier unten rechts einen Support-Button. Da ist eine E-Mail hinterlegt. Da können Sie auch Fragen stellen, wenn Sie jetzt technische Probleme haben. So viel zunächst zu der Website. Und nun vielleicht noch einige Punkte, die ich Ihnen erläutern möchte. Vielleicht zum Remscheider Ärztetag selbst. Wir führen die Veranstaltung seit vielen Jahren sehr erfolgreich durch und haben in der Regel bis zu 180 Ärztinnen und Ärzte hier vor Ort. Was natürlich jetzt in der Situation nicht geht. Deswegen haben wir das Format eben auf komplett digital umgestellt und haben da wirklich tolle Referenten von extern und intern gefunden, die Ihnen nicht nur das Neueste aus den Fachbereichen Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Diabetologie mitteilen werden, sondern eben auch, wie immer wir, wie wir das immer haben, ein gesundheitspolitisches Thema mit einem Experten, dem Dr. Hena von McKinsey & Company, der für den kompletten Gesundheitsbereich in Deutschland und Europa zuständig ist. Und Sie wissen, auch im Gesundheitsbereich und der Gesundheitspolitik verändert sich viel und wird sich viel verändern. Das war auch schon vor der Corona-Pandemie klar. Und wir wollen beleuchten, was die Strategie sein könnte, wie sich unsere Krankenhauslandschaft und der stationäre und ambulante Bereich in Zukunft entwickelt. Wir haben interessante Themen und ein Portfolio. Sie haben die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen über dieses Chatfenster, was ich eben gezeigt habe. Die werden wir aufgreifen und dann hier formulieren und stellen. Und ich denke, wir haben einen interessanten Tag vor uns. Sie bekommen für die Veranstaltung neun CME-Punkte. Und die Veranstaltung ist als komplette DMP-Veranstaltung mit allen Teilbereichen vollständig zertifiziert. Das ist zu verdanken der Ärztekammer Nordrhein. Hier möchte ich insbesondere nennen die Geschäftsführerin der Fortbildungsakademie, Frau Maurer, die sich auf dieses neue und digitale Projekt mit uns eingelassen hat. Und ich danke ihr sehr herzlich für ihre Unterstützung und auch für die Zertifizierung der Veranstaltung. Und selbstverständlich auch den Industriepartnern. Denn ohne unsere Industriepartner und Sponsoren könnte die Veranstaltung in dieser Situation und in diesem Format auch nicht stattfinden. Denn es ist ein Trugschuss, wenn man glaubt, dass Präsenzveranstaltungen vielleicht teurer sind als digitale oder virtuelle Veranstaltungen. Da steckt sehr viel Technik, sehr viel Aufwand dahinter, sodass wir auch hier sehr dankbar sind für die Unterstützung. Und ich glaube auch mit dem Format der Aufteilung der Industrieausstellung, die wir auch versucht haben, virtuell wieder zu spiegeln, unseren Industriepartnern auch die Möglichkeit ausreichend gegeben haben, sich zu präsentieren und darzustellen. Das ist wichtig und ohne dem geht es nicht. Und ich denke, wir haben hier einen tollen Weg gefunden, um auch die Compliance-Richtlinien wertzuschätzen und einzuhalten. So, jetzt möchte ich aber, jetzt möchten wir beginnen mit der Veranstaltung. Und wir haben unterschiedliche Blöcke, zum einen mal Herz und Gefäße mit unterschiedlichen Themen. Danach dem Blog wird es eine Pause geben. Insgesamt haben wir drei Pausen, die werden wir anzeigen. Da wird es entsprechende Dias geben, da wird auch die Zeit runtergezählt, sodass Sie dann auch wissen, wann Sie mal Ihren Bildschirm verlassen können, wann Sie mal was anders machen können, wann Sie was trinken können oder irgendwelche andere Aktivitäten nachgehen können, um wieder zurückzukommen. Wir beginnen mit dem Blog Herz und Gefäße und mit dem Vortrag Thrombozytenaggregation bei koronarer Herzerkrankung. Neues aus der Enstemi-Leitlinie hat Prasogrel doch Vorteile. Und der Vortrag wird gehalten von Herrn Dr. Ohlig, der Sie in dem Fachbild besonders gut auskennt. Und wir haben mit dem Prasogrel doch mit der letzten Leitlinie eine Art Renaissance erfahren. Und darauf wird Herr Ohlig jetzt in seinem Vortrag eingehen. Herr Ohlig, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, lieber Herr Sievers, vielen Dank für die einführenden Worte. Sehr geehrte Kollegen, ich darf Ihnen heute, wie Herr Sievers schon gesagt hat, einen Teil der neuen 2020er Enstemi-Leitlinie präsentieren. Und zwar den Punkt, wie es mit dem Prasogrel sich entwickelt hat. Meine erste Folie sind meine Disclosures der Vollständigkeit halber. Und dann die erste tatsächliche Folie, die heißt The Good Old Days. Die habe ich so genannt, weil es die Enstemi-Leitlinie von 2015 zeigt. Die sind relativ simpel, was die Plättchenhemmung nach Infarkt und Stenting angeht. Das sieht man auf der linken Seite. Der normale Patient bekommt eine duale Plättchenhemmung aus Aspirin und entweder Prasogrel, Ticagrelor oder Klopidogrel. Wenn die Patienten ein hohes Blutungsrisiko haben, war dort empfohlen, eine Verkürzung dieser Therapie auf drei oder sechs Monate durchzuführen. Was Sie unten sehen, neben dem Klopidogrel, ist ein kleines Sternchen. Das ist zwar klein, aber wichtig. Bedeutet nämlich, dass man diese Klopidogrel-Therapie nur dann einsetzen soll, wenn Prasogrel oder Ticagrelor kontraindiziert sind. Kleinen Rückblick auch hier nochmal. Warum ist das so? Wir sehen hier Daten aus der Triton-Thimi-38-Studie. 14.000 Patienten, die untersucht worden sind, randomisiert Klopidogrel oder Prasogrel nach Infarkt und Stenting. Und es hat sich gezeigt, wie sie hier am primären Endpunkt, der besteht aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall, gezeigt hat, dass dort ein signifikanter Vorteil für diesen kombinierten Endpunkt bei der Prasogrel-Gabe liegt. Wie das so häufig ist, wenn man eine effektivere Blutverdünnung hat, muss man auch damit rechnen, dass man mehr Blutungskomplikationen hat. Das hat sich hier tatsächlich auch gezeigt mit recht niedriger Inzidenz, Major Bleedings, aber tatsächlich besteht beim Prasogrel hier auch eine Signifikanz. Das Gleiche gibt es für Ticagrelor natürlich auch. Das ist die PLATO-Studie, hat fast 18.000 Patienten eingeschlossen. Und auch hier sieht man einen signifikanten Unterschied im gleichen kumulierten Endpunkt, was die Mortalität oder Schlaganfall oder Herzinfarkt angeht. Beim Ticagrelor hat sich kein signifikanter Unterschied gezeigt in der Blutungsrate. Das sieht man hier, wobei der Vollständigkeit halber schon zu erwähnen ist, dass sowohl intrazerebrale Blutungen als auch fatale Blutungen doch signifikant häufiger gewesen sind. Die ungefähr 10% Endpunkte sowohl beim Ticagrelor als auch beim Prasogrel bitte ich Sie sich mal zu merken. Da kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Jetzt in Medias Res, die Enstemi-Leitlinien von 2020, die sind deutlich komplexer geworden. Wir müssen unsere Patienten individueller betrachten. Sie sehen hier eine Aufteilung nach Blutungsrisiko. Wir haben ein deutlich breiteres Portfolio an Möglichkeiten der Plättchenhemmung bekommen. Teilweise nur eine einmonatige duale Plättchenhemmung. Teilweise aber auch über zwei Jahre oder darüber hinaus. Auch NOACs in niedriger Dosierung spielen hier eine Rolle. Darauf möchte ich gar nicht im Detail eingehen. Dafür bräuchte ich jetzt einen eigenen Vortrag. Wir sehen aber hier unser bekanntes Kästchen. Auch hier wieder zwölf Monate für unseren Standardpatienten in Therapie. Was ist jetzt neu? Das ist das hier. Und zwar sagen die 2020er Leitlinien, dass wir doch bitte mit einer Klasse 2a-B-Empfehlung Prasogrel gegenüber Ticagrelor bevorzugen sollen. Und des Weiteren auch, dass wir bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind oder weniger als 60 Kilogramm wiegen, eine reduzierte Standarddosis von 5 Milligramm statt 10 Milligramm verwenden sollen. Woher kommt das nun? Was gab es bisher an Daten? Das ist eine Meta-Analyse von Ende 2019, wo man alle Studien, die es bisher gab, Vergleichsstudien Ticagrelor, Prasogrel, eingeschlossen hat. Man muss sagen, das sind 14 Studien gewesen, die aber alle für sich genommen keine besonders hohe Evidenz hatten. Das heißt, viele Observationsstudien, randomisierte Studien, die aber eigentlich underpowered waren, um da was zu zu sagen. Das war das, was wir bisher hatten. Und man sieht all over all, es gibt eigentlich keine klare Empfehlung für oder gegen Prasogrel, weder bei den Sicherheits- noch bei den Effektivitätsendpunkten. Jetzt kommt die ISA-REACT-5-Studie. Das ist eine Studie, wie der Name schon vermuten lässt, aus München. Die Kollegen haben sich die Mühe gemacht, 4000 Patienten einzuschließen und 1 zu 1 zu randomisieren. Klopidogrel versus Prasogrel nach Infarkt und das Outcome zu beurteilen. Das ist eine investigator-initiierte Studie, das heißt nicht von der Industrie gesponsert. Zu den Details komme ich gleich nochmal zur Auswertung. Nun sehen wir die ersten Daten hier. Hier wiederum der kumulative Endpunkt, ähnlich wie bei den bereits genannten Studien, ist das der Tod, der nicht-tödliche Myokardinfarkt und das Schlaganfallrisiko. Und eigentlich überraschenderweise, muss man sagen, sieht man hier nämlich doch einen deutlich signifikanten Unterschied in der Kurve nach zwölf Monaten. Das Prasogrel hat hier mit etwa 6,9 Prozent Ereignisrate gegenüber dem Ticagelor mit 9,8 Prozent einen doch hochsignifikanten Unterschied, was die Reduktion der Ereignisrate angeht. Number needed to treat ist hier 42. Wenn man hier die Blutungsrisiken anschaut, sieht man, dass die nicht signifikant Unterschied sind zwischen Ticagelor und Prasogrel mit irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent. Ich hatte allerdings gesagt, es gibt jetzt in den Leitlinien die Empfehlung, dass man für Patienten größer 75 Jahre oder kleiner 60 Kilo 5 Milligramm Prasogrel in der reduzierten Dosis nehmen soll. Das ist ein Novum. Das galt lange Zeit eigentlich als Kontraindikation für Prasogrel. Jetzt gibt es aktuelle Daten, die sind aus dem September von 2020, die uns das analysiert haben, ob das sicher und effektiv ist. Das sind Subgruppenanalysen aus der ESA-React-Studie. Und wir sehen, ja, es ist effektiv. Die Inzidenzen sind etwas höher insgesamt, was fast zu erwarten war bei einem älteren Patienten-Kollektiv. Aber sowohl Ereignisrate als auch Blutungsrate sind in der reduzierten Prasogrel-Dosis gegenüber der Ticagelor-Standard-Dosis nicht signifikant unterschiedlich. Ein weiterer interessanter Aspekt aus dem Oktober letzten Jahres, also ganz aktuelle Daten, ist eine Analyse, wie sieht es bei der ESA-React-5 mit Diabetes-Patienten aus. Und da muss man auch etwas überraschenderweise sagen, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt. Das sehen Sie hier in einer etwas verwirrenden Grafik. Aber die beiden oberen Kurven sind die Patienten mit Diabetes mellitus, waren etwa 20, 21 Prozent in diesem Kollektiv. Man sieht dort zwar einen Trend, aber keinen signifikanten Unterschied. Und wenn man sich die einzelnen Effektivitätsendpunkte anschaut, sieht man, dass immer der obere Balken ist immer mit Diabetes. Der untere ist ohne Diabetes. Bei den oberen Balken sieht man jeweils keinen Unterschied zwischen Ticagelor und Prasogrel. Als letztes darf ich Ihnen noch ganz aktuelle Daten zeigen. Die sind vom Dezember 2015 publiziert, also etwa vier Wochen alt. Da hat man noch mal geschaut, wie sieht es denn mit dem STEMI-Kollektiv aus. Das sind immerhin 40 Prozent der Patienten gewesen in der ESA-React-5-Studie. Und man sieht hier die Kurven Ticagelor in Rot, das Prasogrel in Schwarz mit den jeweiligen Konfidenzintervallen. Es gibt zwar einen Trend dazu, dass Prasogrel bei Semipatienten weniger Ereignisraten macht, ist aber statistisch nicht signifikant. Ebenso bei der Blutungsrate. Wer mich kennt, weiß, dass ich solche Daten auch gerne mal kritisch beleuchte und möchte sie jetzt einmal noch mal mitnehmen, dass wir gemeinsam schauen, ist da alles Gold, was glänzt tatsächlich? Was gibt es da für offene Fragen vielleicht? Anfangen möchte ich mit dem Design der Studie. Es ist eine Open-Label-Studie gewesen. Das bedeutet nichts anderes, als dass sowohl der Patient als auch der Studienarzt gewusst haben, welches Medikament die Patienten einnehmen, was natürlich grundsätzlich immer ein Potenzial für eine Verzerrung birgt. Als zweites, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ist die Analyse der Daten eine Intention-to-Treat-Analyse gewesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn die Patienten einmal randomisiert sind in eine der beiden Gruppen, Prasogrel oder Ticagrelor, und das Medikament einmal eingenommen haben, bleiben sie in der Gruppe, egal was danach passiert. Ob die Patienten eventuell die Medikation wechseln oder die Medikation gar nicht mehr einnehmen, die Patienten bleiben in dieser Gruppe und sind in dieser Studie auch analysiert worden, was die Endpunkte angeht. Und wenn man da genauer reinschaut, sieht man, dass in der Ticagrelor-Gruppe immerhin 15,2 Prozent in dem Jahr Follow-up die Therapie abgesetzt haben. Und das war in der Prasogrel-Gruppe nur 12,5 Prozent. Das heißt, der Nutzen vom Prasogrel kann möglicherweise überschätzt sein, weil natürlich die Therapie nur dann wirkt, wenn man sie auch einnimmt. Des Weiteren sieht man, wenn man genau reinschaut, dass etwa 20 Prozent der Patienten bei Entlassung bereits nicht mehr das Medikament eingenommen haben, für was sie randomisiert worden sind. Das ist ein buntes Potpourri, was dort passiert ist. Wenn man in die Supplements schaut, sieht man, dass so die Hälfte auf Klopidogrel gewechselt ist von diesen 20 Prozent, dass ein Teil eine effektive Antikorrelation mit Noax oder Vitamin K bekommen hat. Einige haben das Präparat untereinander getauscht. Das verwässert natürlich so ein bisschen die Evidenz, die wir haben für diese Studie. Schauen wir uns nochmal den primären Endpunkt an. Und da kommen wir nochmal darauf zurück, wo ich eben meinte, merken Sie sich die ungefähr 10 Prozent Inzidenz in unseren initialen Studien für beide Medikamente. Man sieht hier für das Tikagrelor eine etwa identische Inzidenzrate für den kombinierten Endpunkt von 9,3 in ISA-React versus 9,8 in der PLATO-Studie. Beim Prasugrel ist es aber so, dass man 6,9 Prozent in der ISA-React hat gegenüber den knapp 10 Prozent in der Triton-Thimi-38-Studie. Und da muss man sagen, das ist noch nicht abschließend erklärt, wieso das so ist. Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen, warum in der ISA-React-5-Studie die Inzidenz niedriger ist, vielleicht andere Patienten gut, anderes Patienten gut gehabt, andere interventionelle Punkte. Aber das würde für das Tikagrelor dann genauso gelten, denn die sind sehr, sehr gut gematcht, die Gruppen gewesen. Das bleibt offen, wie es dazu gekommen ist. Und letztendlich, das, was ich schon in den Subgruppenanalysen gezeigt hatte, es gibt keinen signifikanten Unterschied für Diabetiker und ebenso auch nicht für STEMI-Patienten. Damit möchte ich zu meinen Take-Home-Messages kommen. Erstens, die neuen Leitlinien von 2020 für den Enz-Demi folgen dem Trend der individualisierten Therapie, abhängig vom Blutungs- und Thrombose-Risiko. Zweitens, Prasugrel wird nun mit einer 2a-b-Empfehlung gegenüber dem Tikagrelor relativ klar favorisiert. Basis dafür sind die Daten der ESA-React-5-Studie, die wir uns gemeinsam gerade angeschaut haben, als erste tatsächlich bestehende hochwertige randomisierte Multi-Center-Studie. Viertens, die reduzierte Dosis von Prasugrel erscheint bei Patienten, die über 75 Jahre alt sind oder unter 60 Kilogramm effektiv und sicher zu sein, ist also auch in den Leitlinien so verankert. Der Vorteil für Diabetiker und STEMI-Patienten scheint eher fraglich zu sein. Und es gibt doch noch einige Kritikpunkte bzw. offene Fragen zu den ESA-React-5-Daten, die bisher unbeantwortet sind. Und damit darf ich meinen Vortrag schließen und freue mich auf Ihre Fragen aus dem Chat. Ja, Herr Ullich, vielen Dank für die Zusammenfassung. Wir haben gesehen, es hat sich einiges getan, auch nochmal bezüglich des Prasugrels, was vorher eine relativ enge Indikationsstellung hatte und eigentlich vielfach auch nicht vielleicht zum First-Choice-Medikament gehört hat in der Behandlung des ENSTEMIs. Herr Ullich, eine Frage aus dem Chat ist, wie Sie im Alltag jetzt damit umgehen mit den Daten und wie machen Sie es im Alltag oder wie machen wir es in der Klinik? Ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es eine 2A-Empfehlung in den Leitlinien, wo man schon sehr gute Gründe haben muss, sich dagegen zu entscheiden. Also im Prinzip kann man das auch so empfehlen. Die Antwort ist, wie so häufig, auf solche Fragen etwas differenzierter zu betrachten. Das heißt, man muss sich seinen Patienten gut anschauen und dann individuell entscheiden. Was meine ich damit? Man muss zum Beispiel beachten, dass die Kontraindikationen für beide Medikamente nicht gleich sind. Prasugrel beispielsweise dürfen Patienten nicht bekommen, die einen stattgehabten Schlaganfall hatten oder auch eine TIA in der Vorgeschichte. Das muss man beachten. Das Ticagrelor hat Kontraindikationen, was Wechselwirkungen angeht, mit Zytokrom P450-Hämmern. Und letztendlich ist es schon so, dass das Prasugrel, das habe ich nicht gezeigt, aber wenn man sich die sekundären Endpunkte anschaut, vor allen Dingen Vorteile hat, was Stenthrombosen angeht und Re-Infarkte. Da ist eigentlich durch alle Daten, auch die älteren Daten, konstant, dass da die Vorteile vom Prasugrel liegen. Das heißt, das würde ich in jedem Fall empfehlen, wenn Sie Patienten haben, die ein hohes thromboembologisches Risiko haben, sprich lange Stentstrecke haben, Bifurkationsinterventionen haben, vielleicht Hauptstamminterventionen haben, wo ich Sorge habe vor Stenthrombosen, nicht ganz entfaltete Stenz oder Ähnliches. Das ist sicherlich die Domäne des Prasugrels. Da kann man es geben. Das Ticagrelor ist nicht verboten, sicherlich individuell zu entscheiden. Aber ja, wir setzen das auch schon um. Aber das ist ja schon so ein bisschen ein neuer Aspekt, wo man sagt, okay, das sind diese Indikationen, die Sie genannt haben, wo man tatsächlich das Prasugrel jetzt auch einsetzen und bevorzugen würde. Man hat die eine oder andere Schwierigkeit ja noch mit den älteren Patienten, mit eingeschränkter Nierenfunktion, Gewicht. Da muss man die Dosis vom Prasugrel adaptieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Message. Genau. Das galt lange Zeit als verpönt, dieses Medikament in dieser Patientengruppe zu geben, weil man eben in der Triton-Studie gesehen hat, dass sie ein erhöhtes Blutungsrisiko vor allen Dingen haben und dann der Netto-Benefit aus reduzierter Thrombose-Rate oder thrombolischer Rate und Blutung nicht mehr gegeben war. Aber jetzt gibt es eben die neuen Daten zugelassen. War es schon immer in fünf Milligramm, aber jetzt gibt es auch ganz gute Daten, die das stützen. Und auch das hat eben in die Leitlinie Einzug gehalten jetzt. Und wir sehen, wie es so bei vielen anderen Medikamenten ist, dass wir immer mehr auch zu der individualisierten Therapie gehen. Also nicht das Gießkannenprinzip, Enstemi oder Stemi, das und das Medikament. Man muss sehr genau abwägen, wie das auch bei den Antichoagulantien heutzutage ist. Welcher Patient eignet sich in welcher Konstellation für welches Medikament? Das heißt, das ist schon wichtig und setzt natürlich Kenntnis von Daten und klinische Erfahrungen voraus, um hier, glaube ich, die richtige Entscheidung zu treffen. Herr Ole, ich danke Ihnen herzlich für den Vortrag. Sehr gerne. Und wir gehen im Grunde genommen weiter im Programm, um auch im Zeitrahmen zu bleiben. Und wir wechseln einmal die Etage vom Herzen, von den Herzkranzgefäßen auf die Beine. Es geht um die PAVK. Das ist auch ein Gebiet, wo sich ja mehr tut. Die Prävalenz und Inzidenz der peripheren ATL-Verschlusskrankheit ist zunehmend natürlich auch aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und der Patienten, sodass hier sehr viel Neues auch zu verkünden gibt, bezüglich von Therapie, Behandlungsregimen, sowohl medikamentös als auch interventionell. Und insbesondere gibt es eine neue Studie, die Voyager-PAD-Studie. Und die wird uns Herr Dr. Oehls vorstellen. Herr Dr. Oehls, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Professor Sievers. Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich, Ihnen heute die Voyager-PAD-Studie vorstellen zu können. In meinen Augen eine der spannendsten Studien des letzten Jahres. Vor allen Dingen, weil in diesem Bereich eben noch nicht viele Daten vorliegen. Das werde ich Ihnen gleich auch zeigen. Jedenfalls ist diese Studie auch erfolgreich beendet worden und letztes Jahr im Juni veröffentlicht worden. Das sind meine Disclosures. Die Voyager-PAD-Studie setzt sich auseinander mit der medikamentösen Therapie bei PAVK-Patienten nach Revaskularisation. Ich möchte Ihnen im Vortrag kurz einige ausgewählte Daten dazu zeigen. Das sind nicht viele. Die aktuelle Leitlinien, das Studiendesign sowie die Ergebnisse und anschließend eine Zusammenfassung kurz geben. Nun, für die postoperative Therapie gibt es zwei große Studien bei Zustand nach infrainguinaler Bypass-OP. Und das betrifft sowohl Prothesen als auch Veneninterponate. Das erste ist die CASPAR-Studie. Eine Studie mit über 425 Patienten, die eine durale Thrombozid-Nergationshemmung einer Monotherapie gegenübergestellt hat. Und hier im primären Endpunkt den Offenheitsraten keinen Unterschied finden konnte und sogar eine erhöhte Blutungskomplikationsrate unter der dualen Thrombozid-Nergationshemmung feststellte. Für die Untergruppe der Kunststoffprothesen ist eventuell ein Vorteil in der Subgruppe zu sehen gewesen, aber insgesamt kein statistisch signifikanter Unterschied. Die zweite Studie ist die Dutch-Bohr-Studie. Diese Studie hat die orale Antikulation gegenüber einer Thrombozid-Nergationshemmung bei über 2600 Patienten untersucht. Und hier konnte ebenfalls im primären Endpunkt kein Unterschied gesehen werden, aber eine deutlich erhöhte Blutungstendenz unter oraler Antikokulation und in dieser Studie unter der oralen Antikokulation ein gewisser Benefit für Veneninterponate. Nun für die Postinterventionelle, also die Percutane-Therapie, ist die Datenlage deutlich schlechter. Hier gibt es wenige Studien, alle aus den 80er, 90er Jahren, mit kleinen Patientenzahlen und allesamt mit Medikamenten, die derzeit gar nicht mehr standardmäßig eingesetzt werden, Dipiridamol, Ticlopidin in verschiedenen Kombinationen mit ASS, sodass 2005 eine Cochrane-Analyse letztendlich bestätigt hat, dass die einzige Therapie, die einen Benefit bringt, die ASS-Therapie ist. Ein Jahr später, 2006, gab es dann die Mirror-Studie mit 80 Patienten, immerhin, die die derzeit durchgeführte Therapie mit ASS und Clopidogrel untersucht und der Therapie mit ASS gegenüberstellte, bei Zustand nach femoropoplytialen Interventionen. Und hier konnte ein Benefit der dualen Therapie gegenüber ASS gezeigt werden. Allerdings waren dies nur 80 Patienten und dementsprechend ist auch die Leitlinie, ich habe die ESC-Leitlinie ausgewählt, sie ist relativ ähnlich der S3-Leitlinie, etwas konkreter als die S3-Leitlinie. Hier zeigt die ESC-Leitlinie für Patienten mit percutaner Intervention gibt die Empfehlung einer dualen Thrombozyd-Inergationshemmung mit ASS und Clopidogrel für vier Wochen. Allerdings Evidenz-Level C und im Verlauf nach dieser dualen Therapiephase ist eine Therapie mit einer Monotherapie ASS oder Clopidogrel empfohlen. Für die chirurgischen Patienten etwas bessere Datenlage habe ich Ihnen gerade gezeigt. Hier ist eine Evidenz-Level B-Empfehlung für eine Monotherapie mit ASS oder Clopidogrel. Alternativ kann hier auch entsprechend der Datsch-Boa-Studie eine Vitamin-K-Antagonisten-Therapie bei Bypass-Patienten dann erwogen werden. Nun also die Voyager-PID-Studie, die die unmittelbare Phase nach Revaskularisation untersuchen sollte und zwar nach Operation und Intervention percutan mit einem Regime, was sich in der COMPASS-PID-Studie, die Sie alle kennen, ja mit erfreulichem Resultat gezeigt hatte. Und hier ist entsprechend ein gleiches Regime mit Rivaroxaban 2x2,5 mit ASS unmittelbar nach Revaskularisation getestet worden. Das Design sieht eine 1 zu 1 Randomisierung vor. Hier sind über 6500 Patienten innerhalb von 10 Tagen nach peripherer Revaskularisation randomisiert worden. Entweder in den Arm Rivaroxaban 2x2,5 Milligramm plus ASS oder im 2. Arm eine ASS-Monotherapie. Wichtig hierbei, die Patienten konnten parallel eine Therapie mit Clopidogrel erhalten und dieses wurde auch bei der Randomisierung stratifiziert, berücksichtigt, sodass in beiden Gruppen gleich viele Clopidogrel-Patienten vorlagen. Nun, die wichtigen Einschlusskriterien sind Alter größer 50 Jahre, entsprechend eine gesicherte mittelschwere bis schwere PAVK der unteren Extremität. Es musste eine technisch erfolgreiche periphere Revaskularisation innerhalb von 10 Tagen Erfolg gewesen sein vor der Randomisierung. Die wichtigsten Ausschlusskriterien sind die frühere Revaskularisation des Indexbeins innerhalb von 10 Tagen vor Index-Revaskularisierung, eine akute Extremitäten-Ischämie innerhalb von zwei Wochen vor der Index-Revaskularisation, eine geplante Gabe von Tenopyridin zusätzlich zur ASS nach dem Eingriff war ebenfalls eine Kontraindikation wie ein akutes Coronasyndrom innerhalb der letzten vier Wochen und dokumentierte interkranielle Hirnblutung oder Schlaganfälle in der Vorgeschichte waren auch Kontraindikationen. Nun, der primäre Wirksamkeits-Endpunkt war der kombinierte Endpunkt aus akuter Extremitäten-Ischämie, gefäßbedingten Mayo-Amputationen, Myokard-Infarkt, ischämischem Schlaganfall und kardiovaskulär bedingtem Tod. Der primäre Sicherheits-Endpunkt waren die schweren Blutungen in der Timmy-Klassifikation. Auf die sekundären Wirksamkeits-Endpunkte möchte ich nicht näher eingehen. Entsprechend der Randomisierung waren die Komorbiditäten in beiden Gruppen gleich verteilt und aufgrund des hohen Risikoprofils dieser Patienten sehen Sie auch entsprechend die kardiovaskulären Risikofaktoren häufig vorliegend. Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, Nikotinabuses, Diabetes, eingeschränkte Nierenfunktionen, KK, Myokard-Infarkt in der Vorgeschichte, Karottestenose, die klassischen Begleiterkrankungen bei diesem Risikokollektiv in beiden Gruppen gleich verteilt. Wichtig auch, Indexrevaskulisation war in zwei Drittel der Patienten eine endovaskuläre, perkutane Therapie in beiden Gruppen und chirurgisch in einem Drittel der Patienten. In den Supplements findet man dann auch, dass Clopidogrel bei 50% der Patienten in beiden Gruppen gegeben worden war. Nun, die perkutan behandelten Patienten, das sehen Sie auch hier aus dem Supplement, waren zu 50% gestentet worden und in 90% der Fälle handelte es sich um Feromopoplitiale Läsionen, die interveniert worden waren und deutlich seltener Iliakale oder Unterschenkelläsionen. Na? Jetzt geht mein Klicke nicht weiter. Also der primäre Wirksamkeitsendpunkt konnte erfreulicherweise erreicht werden. Bereits nach sechs Monaten eine absolute Risikoreduktion um 1,5%. Nach einem Jahr um zwei Prozent und nach drei Jahren um 2,6% mit einer Number Needed to Treat von 39. Die relative Risikoreduktion betrug 15%. Der Nachbeobachtungszeitraum war im Median 28 Monate. Und diese Reduktion des primären Wirksamkeitsendpunktes wurde vor allen Dingen erreicht durch eine Reduktion der akuten Extremitäten Chemie. Das sehen Sie hier Reduktion von 7,8% auf 5,2% statistisch signifikant. Alle anderen Wirksamkeitsendpunkte nicht signifikant unterschiedlich. Insbesondere der kardiovaskuläre bedingte Tod nicht. Nun, die erwartet schweren Blutungen waren natürlich in der Rivaroxer Bahngruppe etwas häufiger, aber in der Timmy-Klassifikation nicht statistisch signifikant. Und vor allen Dingen erfreulicherweise nicht vermehrte Hirnblutungen oder fatale Blutungen durch die Gabe zusätzlich von Rivaroxer Bahn. Es gibt dann ein Rechenmodell, in dem man den primären Wirksamkeitsendpunkt, dem Sicherheitsendpunkt gegenübergestellt hat. Hier werden dann 10.000 Patientenjahre mit Rivaroxer Bahn rechnerisch berücksichtigt. Und hier konnte man sehen, dass theoretisch durch 10.000 Jahre Behandlung mit Rivaroxer Bahn 181 Ereignisse des primären Wirksamkeitsendpunktes verhindert werden können, während 29 Blutungen entstehen durch diese Therapie. Insgesamt also ein deutlich erfreuliches Ergebnis für die Therapie mit Rivaroxer Bahn und ASS. Jetzt hängt er da. Ich möchte zusammenfassen, die Voyager PID-Studie ist einer der größten Studien zu PAVK-Patienten nach Rivaskularisierung. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt konnte um 15 Prozent vor allem durch Reduktion der akuten Extremitäten- Ischämie allerdings ohne Mortalitätsvorteil reduziert werden. Es treten unter Rivaroxer Bahn zwar mehr Blutungen auf, allerdings nicht mehr intrazerebrale und fatale Blutungen. Und die Therapie mit Low-Dose-Rivaroxer Bahn zusätzlich zu ASS und Globidogrel kann nun bereits nach Rivaskularisation begonnen werden. Und damit bin ich am Ende und freue mich auch auf die Fragen aus dem Chat. Ja, vielen Dank Herr Oels für die tolle Zusammenfassung. Ich denke, gute Daten. Voyager PID. Ich sagte es, auf dem Gebiet der peripheren ATL-Verschlusserkrankung tut sich eine Menge. Daher gibt es jetzt auch mehr und mehr Studien. Wir behandeln sehr, sehr viel ja mittlerweile auch interventionell, aber auch die gefäßchirurgische Behandlung hat natürlich noch ihren Stellenwert. Deswegen eine Frage aus dem Chat. Herr Oels, gibt es Unterschiede zwischen operierten und percutan intervenierten Patienten? Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch gestellt habe, zumal es ja völlig verschiedene Herangehensweisen der Therapie sind. In der Tat ist es so, dass in beiden Gruppen ein Vorteil gezeigt werden konnte. Überraschenderweise für mich, weil dieser Vorteil sogar in der Gruppe der operierten Patienten größer als in der intervenierten, also percutan intervenierten Gruppe, aber insgesamt in allen Gruppen konnte dieser Vorteil gezeigt werden. Wenn Sie vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie wir klinisch bei uns im Alltag vorgehen, es ist eher so, dass wir, sage ich mal, in welchen Etagen würden wir die Intervention jetzt sozusagen bevorzugen oder den Patienten anbieten können, dass sie interventionell, also mit einer Stent- oder Ballontechnologie behandelt werden und vielleicht auch nochmal einen Moment eingehen auf die neuen Möglichkeiten der Technologien. Gut, wir befinden uns jetzt im Rahmen der Studie im Bereich der unteren Extremität und die untere Extremität hat inzwischen viele neue moderne Verfahren zur Verfügung. Wir haben ja von einer Fräse, mit der wir das Gefäß atrektomieren können, bis zu einer Rotationstrombektomie die Möglichkeit, ebenfalls sehr device-lastige Interventionen durchzuführen, damit auch deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Man muss sagen, diese Prozeduren, hatte ich kurz auf einem Slide auch gezeigt, waren auch in der Studie vorhanden, allerdings nur zu einem geringen Prozentsatz. Ich denke aber, jetzt rein für die Therapie nach der Intervention spielt das keine wesentliche Rolle, ist eher ein Zeichen, denke ich, dass sich viel zurzeit im Bereich der Angiologie tut, in der interventionellen Angiologie entwickelt und das hier in Zukunft noch weitere, Stichwort Shockwave, diese Interventionen waren jetzt hier nicht vorhanden in der Studie, aber die Shockwave-Therapie, die sich gerade entwickelt, die wir auch hier schon im Zentrum durchgeführt haben, bietet weitere Optionen, sodass viele Bereiche heutzutage interventionell behandelt werden können, die vor einigen Jahren noch operativ primär saniert wurden. Zur Shockwave-Therapie vielleicht zur Erklärung, das ist eine Therapie, die man sowohl im Bereich der peripheren Gefäße als auch an den Herzkranzgefäßen durchführen kann, bei extremen Verkalkungen und Kalkschollen in den Gefäßen, wo man mit einem Ballon mit Lithotrypsie-ähnlichem Ansatz im Grunde die Kalkschollen sprengen kann und insofern da sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ich sehe jetzt keine weitere Frage im Chat augenblicklich, insofern vielen Dank für Ihren Vortrag, habe aber noch ein, zwei Fragen für den vorherigen Vortrag, vielleicht ist Olig nochmal so nett und kommt nach vorne, dann können wir die noch entsprechend stellen. Hier kommt eine Frage, also wir sind nochmal zurück zum Thema Thrombozytenaggregation bei KHK, Neues aus der Enstemi-Leitlinie, die Frage lautet, wie sieht es mit der Option der verlängerten Therapie mit Ticagrelor aus? Ja, gute Frage, das ist so, dass es in der neuen Leitlinie verankert ist, bei Patienten, die kein erhöhtes Blutungsrisiko haben, aber eher ein hohes thrombotisches Risiko haben, gibt es die Möglichkeit einer verlängerten Therapie mit Aspirin und Ticagrelor bis zu 24 Monate in den Studien, das ist vor allen Dingen die Triton-Timi-54, die Pegasus-54-Studie gewesen, das sind gute Daten, da ist immer ein bisschen schwierig, wer profitiert davon und da kann ich auch nochmal auf die neuen Leitlinien verweisen, da gibt es tatsächlich sogar ein Score, anhand dessen man sich orientieren kann, das ist der Precise Dupped Score und da kann man einmal schauen, ist das was für meinen Patienten oder nicht, da habe ich jetzt keine Folie zu, kann man in den Leitlinien aber nachschauen. Da gibt es noch eine weitere Frage, Herr Ullig, effient bei Patienten mit Vorhooflimmern oder doch weiter Pioneer-Schema mit Xarelto-Plavix. Relativ klare Antwort, eher kein Prasogrel oder auch kein Ticagrelor, das ist zwar in den großen Studien vorgekommen, aber nur so 8-9% der Patienten haben diese Medikation bekommen, sodass die Daten dann nicht verlässlich sind und auch in den Leitlinien nicht empfohlen wird. Es gibt aber mittlerweile für alle Doax gute Daten für das Xarelto in 15 Milligramm, also etwas reduzierter Dosis, die Entrust-Studie für das Edoxaban und die Augustus-Studie für das Apexaban, wo jeweils in Klopidogrel mit vollen Dosis des Noax kombiniert werden soll. Da gibt es gute Daten und auch keine echte Prävalenz für eine der drei Noax. Prima, haben wir, glaube ich, die Fragen auch noch nachgeholt. Wir können das im Verlauf auch so machen. Wir versuchen natürlich, die Fragen direkt nach den Vorträgen zu beantworten. Mittlerweile haben wir auch Kenntnis, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, aus USA und England sich zugeschaltet haben. Hi, guys, I hope you remember your German and can follow us. Insofern sind wir auch dafür dankbar, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ich würde dann, wir sind jetzt genau on time, weitermachen mit dem nächsten Vortrag Neue Anticoagulantien Pacific AMI Studie Faktor 11 Inhibitor. Dazu wird uns Herr Dr. Schnickmann Auskunft geben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Schnickmann, los geht's. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Thema ist ein kurzer Impulsvortrag zum Thema Anticoagulation. Der Vortrag hält den Titel ein neues Target Faktor 11a Inhibition, wobei das neu ein bisschen in Klammern gesetzt werden muss. Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Einmal werde ich Ihnen das Target oder das Prinzip der Faktor 11a Inhibition einmal ganz kurz vorstellen und als zweiten Teil werde ich Disclosures habe ich kurz gezeigt. Dann möchte ich hier an dieser Stelle einmal ganz kurz eingehen auf die Gerinnungskaskade, einen kurzen Rückblick darauf geben. Ist für alle sicherlich im Wesentlichen noch erinnerlich aus früheren Zeiten. Es gibt den intrinsischen Aktivierungsweg und es gibt den extrinsischen Aktivierungsweg, der vor allen Dingen über Traumata zustande kommt. Dann gibt es die gemeinsame Endstrecke hier, die über den Faktor 10 läuft und am Ende mit der Thrombin Aktivierung endet. Das Thema oder die Theorie hinter dieser Faktor Faktor Inhibition ist also folgendes. Die Aktivierung von Faktor 11a führt über die Bildung von Thrombin zu einer verstärkten Thrombin Bildung, wie er oben aufgezeigt. Letztendlich ist das in der Gerinnungskaskade im intrinsischen Pathway eine Schlüsselreaktion. Der extrinsische Weg ist nicht betroffen und dadurch scheint der Einfluss auf die Hämostase gerade bei Traumata sehr begrenzt zu sein. Die Hypothese der Faktor 11 Inhibition ist also, dass diese Medikation einen erhöhten antithrombotischen Effekt hat ohne ein erhöhtes Blutdruckungsrisiko. Zum Thema Neu, was ich eben schon mal gesagt hatte. Neu ist das Ganze nur begrenzt. Die ersten Tierexperimentellen Daten und Grundlagenforschungen sind datiert aus dem Jahr 2005, 2006. Ich habe exemplarisch eine Studie rausgegriffen von 2010, die ich für sehr spannend und auch aufschlussreich halte. 2010 produzierte Daten. Man hat dort genetisch beendete Faktor 11 Knockout Mäuse getestet im Vergleich zu Wildtyp Mäusen. Man hat diesen Mäusen letztendlich den Faktor 11 durch genetische Veränderungen entfernt und hat diesen Mäusen hat man dann Eisenchlorid als Aktivierung der Gerinnung injiziert und hat dann letztendlich getestet, ob diese Mäuse ein erhöhtes Thrombose-Risiko haben und man hat das letztendlich in den Karotiden detektiert. Wildtyp Mäuse haben also durch die Injektion von Eisenchlorid die Thrombenbildung gezeigt und bei den Faktor 11 Knockout Mäusen ist das nicht gewesen. Spannenderweise ist es so, wenn man diesen Mäusen letztendlich den Faktor 11 ersetzt hat, dann haben sie ähnliche Thrombose-Raten gehabt wie die Wildtyp-Mäuse. Was auch für uns spannend ist und relevant ist, ist, dass die Wildtyp-Mäuse verglichen mit den Knockout-Mäusen keine veränderte oder eine gleiche identische Blüttungsrate hatten. Das Ganze ist 2015 auch in die Klinik dann transferiert worden. Es gibt tatsächlich Daten, wo das Ganze dann auch im klinischen Alltag getestet worden ist. Die Arbeit ist im New England Journal 2015 von Büller et al. veröffentlicht worden. Dort hat man einen Faktor 11 Antisense Olinukleotid verwendet, letztendlich der die Bildung von Faktor 11 verhindert und hat das Ganze eingesetzt bei Patienten postoperativ nach Knietab-Operationen. Man hat das Ganze getestet mit 200 Milligramm und zweimal am Tag und 300 Milligramm am Tag und das verglichen mit der Standardtherapie Enox Aparin dem Plexane in der Dosierung 40 Milligramm was der Empfehlung für mittlere bis höhere Thrombose Risiko entspricht. Primär Endpunkt sind natürlich die Auftreten von Thromboembolien gewesen und der Sicherheitsendpunkt war entsprechend das Auftreten von Blutungskomplikationen. Im Ergebnis sieht man hier unten dass die bei Venöse Tromben bei der 200 Milligramm Dosierung in 27 Prozent der Patienten auftragt in der 300 Milligramm Dosierung lediglich bei 4 Prozent der Patienten auftragt und 30 Prozent bei den Patienten in der Enox Aparin Gruppe. Bei den Blutungen ist es so gewesen dass bei beiden Aso Gruppen gerade mal drei Prozent Blutungskomplikationen auftraten und acht Prozent in der Gruppe der Enox Aparin was eine absolute Reduktion von fünf Prozent in diesen drei Gruppen entspricht. Zusammenfassend kann man also sagen dass diese Studie gezeigt hat dass die 200 Milligramm Dosierung dem Enox Aparin ebenbürtig ist im Bereich des Wirkendpunktes die 300 Milligramm deutlich überlegen ist und im Bereich der Blutungskomplikationen sind tatsächlich beide Aso Gruppen dem Enox Aparin überlegen gewesen. Wie können wir das nun auf den Bereich Intervention der Kardiologie oder Intervention übertragen? Was wir schon wissen ist dass wir aus der KOMPA-Studie eigentlich schon wissen dass bei der stabilen KAK die Kombination aus ASS plus einem NOAG der alleinigen ASS Therapie überlegen war. Das konnte dort in der Studie gut gezeigt werden und letztendlich geht es nun über die Pacific AMI Studie darum diesen rheologischen Ansatz weiter zu vertiefen. Es wird also verglichen der Standardtherapie beim akuten Myokard-Infarkt mit einer dualen Plättchenhemmung plus ein neues Studienmedikament einen oralen Faktor 11a Inhibitor und das wird getestet letztendlich in verschiedenen Dosierungen. Ziel ist es eine überlegende Wirksamkeit zu zeigen und gleiche oder bessere Blutungsdaten. Die Pacific AMI Studie ist eine Phase 2 Studie, ist eine Dosisfindungsstudie, randomisiert, placebo-kontrolliert, multizentrisch, doppelt verblindet und mit vier Parallelgruppen ausgestattet. Es wird von dem Studienmedikament werden drei verschiedene Dosierungen verwendet, einmal 10 Milligramm am Tag, 20 Milligramm am Tag und 50 Milligramm am Tag und das wird letztendlich mit einem Placebo kombiniert in Kombination mit der dualen Plättchenhemmung. Herr Ullig hat ja eben schon die Daten zur dualen Plättchenhemmung in seinem Impulsvortrag kurz zusammengefasst. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Einflusskriterien sind letztendlich dann Patienten über 45 Jahre mit akutem Myokaten Infarkt, die klinische Symptome haben und erhöhte Herzenzyme haben und zusätzlich einen der unten genannten Risikofaktoren aufweisen. Alter über 65 Jahre. In Deutschland muss man sagen, auch kleiner 75 Jahre, anders als es in anderen Ländern gehandhabt wird. Und ansonsten vorangegangen Myokaten Infarkte oder Risikofaktoren wie KAK-Zustand nach Bypass, Diabetes oder auch eine PAVK. Ausschlusskriterien sind auch kurz zusammengefasst. hämodynamisch instabile Patienten Tag 5 nach Ereignis, also zum Zeitpunkt der Randomisation, wenn sie halt instabil sind, Hypotonus genau das gleiche, Blutungsanamnese, ischämische Schlaganfalle, Leber- und Niereninsuffizienzen. Dazu kommt noch halt, wenn eine notwendige Dauerantikulation ansteht oder halt auch der NSARs als erhöhtes Risiko für Blutungen oder intestinale Blutungen verabreicht werden müssen. Deutschlandweit sind zehn Zentren beteiligt. Das Ziel ist es, weltweit 1600 Patienten einzuschließen, 400 Patienten an jedem Studienarm. Die Studie ist 2020 gestartet. Geplant das Studienende ist eigentlich der Februar 2022, wobei das möglicherweise noch verlängert wird. Die Studie hat einen Nachbeobachtungszeitraum von 12 Monaten, entsprechend der Dauer der dualen Plättchenhemmung bei akuten Myokard-Infarkten. Es finden insgesamt zwölf Studienvisiten statt, plus eine Sicherheitsvisite zwei Wochen nach End of Trial. Wir haben in Remscheid zurzeit neun Patienten eingeschlossen. Von den deutschen Zentren sind wir damit mit an Platz eins der eingeschlossenen Patientenzahlen und wollen das weiter fortführen. Ansonsten kann man sagen, von unseren eingeschlossenen Patienten haben wir bislang keine unerwünschten Ereignisse gehabt, sodass wir da auch keine Probleme hatten. Eine Patientin musste wegen einer Erstdiagnose von Dibetikulitis die Studiummedikation kurz pausieren, aber hat sie fortgeführt. Von daher gesehen, sind wir im Moment kein Problem entgegen. Ich darf abschließend unser Studienteam kurz vorstellen. Wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne kontaktierbar und würden auch gerne Fragen beantworten können. Damit bin ich am Ende meines kurzen Vortrages. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schnickmar, für den Vortrag. Wir sind natürlich stolz darauf, dass wir auch hier ein Studienzentrum etablieren konnten mit zwei hervorragenden Studienassistentinnen und unsere Frau Dickmann, die sehr viel Erfahrung in diesem Bereich mitbringt und uns hier unterstützt, sodass wir dann auch Sorge tragen, wenn wir an internationalen Studien teilnehmen, dass wir dann natürlich auch entsprechend Patienten einschließen und auf eine gute Zahl kommen. So haben wir damals auch bei der Redual-PCI-Studie teilgenommen und waren da das dritterfolgreichste Zentrum in Deutschland mit den Einschlüssen und jetzt sind wir auch vorne weg. Das macht sehr viel Spaß, aber es benötigt natürlich auch einen großen Teameinsatz von den ärztlichen Kollegen, aber auch von dem Studienzentrum und insofern sind wir hier dankbar, dass wir auch an solchen Studien teilnehmen können und auch als Zentrum ausgewählt werden von den entsprechenden PIs und Partnern. Herr Schnickmann, vielleicht eine Frage noch zu der Pacific AMI-Studie. Wie schätzen Sie die Situation ein? Sie haben selbst gesagt, die Daten sind ganz gut, die Nebenwirkungen sind relativ gering, wir schließen gut ein. Der Einschluss in die Studie ist aber natürlich relativ hart und schwierig, weil es gibt eine Altersbegrenzung, es gibt verschiedene, haben Sie dargestellt, Ein- und Ausschlusskriterien. Es ist schon für uns ein bisschen mühsam natürlich der Einschluss, aber wir sind gut dabei und wir haben auch spezielle Patienten. Können Sie einen Patienten mal schildern, den wir im Grunde einschließen könnten, wenn er denn jetzt käme? Der klassische Patienteneinschluss, wie das bei uns läuft, das betrifft Patienten mit akuten Infarkten, das heißt, die Patienten gehen letztendlich alle nach Katheter- Intervention auf die Intensivstation oder auf die Überwachungsstation, wo quasi ich als Oberarzt und einer unserer Studienärzte diese Patientin dann auch jeden Tag sehen wird. Über diese Screening- erste Screening- Verfahren nehmen wir dann immer Kontakt mit unserer Studienassistentin auf, die letztendlich dann alle Kontraindikationen und halt auch die gegebenen Einflusskriterien nochmal überprüft. Und wie gesagt, bis Tag fünf nach dem Erstereignis müssen die Patienten gescreent werden oder randomisiert werden. Das lässt sich darüber halt dann ganz gut bewerkstelligen. wie wir in der Regel dann vorgehen. Gut, weitere Fragen aus dem Chat haben wir jetzt augenblicklich nicht, sodass mir noch ein Momentchen Zeit bleibt. Zum einen natürlich, ich hatte es eingangs gesagt, es sind ja viele, die beteiligt sind überhaupt, dass wir den Kongress und das Meeting hier live streamen können und überhaupt umsetzen können. Daher vielen Dank auch natürlich an die Technikkamera im Hintergrund, insbesondere an Frau Groß, die Organisation und Umsetzung mit Begleiteter, dann Frau Müller, meine Assistentin, Frau Loster, meine Assistentin, die hier viel mitgearbeitet haben. Es ist doch ein großer Aufwand und insbesondere natürlich der Dank auch an die Geschäftsführung des Hauses. Ohne das Einverständnis könnten wir selbstverständlich auch in den Räumlichkeiten hier die Veranstaltung nicht durchführen. Wir sind insgesamt ein gutes Team, das setzt Vertrauen und Miteinander und Kooperation voraus. Das ist hier sehr gut gegeben. Deswegen können wir auch vielleicht im Vergleich zu der einen oder anderen Situation in anderen Kliniken mehr umsetzen und viel umsetzen. In dem Zug auch Dank an den Konzern, der natürlich im Grunde genommen auch für das Haus hiermit zuständig ist. Und im gleichen Zug auch ein Gruß von der Geschäftsführung an Sie alle, die Sie sich jetzt eingeschaltet haben. Die Geschäftsführerin Frau Ehlers wünscht uns eine erfolgreiche Veranstaltung. Das gebe ich sehr gerne weiter. Jetzt machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Ein sehr interessantes Thema auch, denn in dem Bereich der Lipidtherapie hat sich Erhebliches getan. Wir haben uns viel um Cholesterin gekümmert. Dann wurde es immer spezifisch, dann kam die Triglyceride mit dabei. Es gibt immer wieder neue Ansätze, Therapieansätze für die Lipidtherapie, die wichtig ist, um das kardiovaskuläre Risiko im Griff zu bekommen und auch präventiv wichtig ist, um den Ausbruch oder das Fortschreiten der Erkrankung überhaupt zu verhindern. Hier ist unser Experte und Lipidologe Herr Dr. Schuler, der sich mit diesem Thema besonders beschäftigt hat und uns hier auf den neuesten Stand bringt. Herr Schuler, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und sind gespannt, was es Neues gibt. Vielen Dank, Herr Sievers. Sehr geehrte Kollegen. In den vergangenen 15 Jahren konnte mittels klinischen kontrollierten Studien gezeigt werden, dass durch eine intensivierte LDL-Reduktion das kardiovaskuläre Risiko reduziert werden konnte, dass mit der Improving-Studie gezeigt werden konnte, dass durch eine Kombination eines Statins mit EZT-Mib dieses LDL weiter reduziert werden konnte, einhergehend mit einer weiteren kardiovaskulären Risikoreduktion. Schließlich 2017 durch die Foyer-Studie und 2018 durch die Odyssey Outcome Studie konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe eines PCSK9 Inhibitors das kardiovaskuläre Risiko noch weiter reduziert werden kann, indem man das LDL, das Serum LDL, bis auf Werte von unter 30 Milligramm pro Deziliter erreichen konnte, teilweise um 20% Risikoreduktion pro 1 Millimol LDL. Inzwischen konnte der Osla-Trial letztes Jahr auch schon zeigen, dass die uns zur Verfügung stehenden Medikamente nicht nur effektiv sind, wie Sie hier am Beispiel der Foyer-Studie mit dem Evolukolumab sehen konnten, sondern auch sicher sind. Zum Beispiel in der gelben Linie zu sehen ist, dass das initial befürchtete kognitive Einschränkungen durch eine überhöhte LDL-Senkung konnte sich damals nicht bewahrheiten. Sodass heutzutage das neue Motto ist The Lower The Better oder wie Herr Niesen aus Cleveland sagte, heutzutage können wir nicht mehr zu reich sein, aber wir können auch nicht mehr zu niedriges LDL haben. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse hat die ESC 2019 neue Leitlinien erstellt und die LDL-Zielwerte noch aggressiver nach unten reduziert, sodass heutzutage Patienten mit zum Beispiel einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko ein LDL von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter erreichen sollten. Ganz wichtig, das gilt auch für Patienten mit der Indikation einer Primärprophylaxe wie zum Beispiel eine chronische Niereninsuffizienz oder ein langjähriger Diabetes mellitus mit Folgeschäden. Dennoch haben wir ein Problem, wie diese panneuropäische multizentrische Studie zeigen konnte, welche nämlich untersuchte, wie kommen wir im klinischen Alltag mit der Umsetzung der uns vorgelegten Leitlinien zurecht. Und es zeigte sich, dass wir trotz der uns zur Verfügung stehenden Medikamente und insbesondere nach Intensivierung der LDL Zielwerte nur bei 18% der Patienten den LDL Zielwert erreichen. Also hier sehen wir, da besteht noch deutliche Verbesserung des Therapiebedarfs. Wie können wir möglicherweise in den kommenden Jahren den Ziel LDL Wert besser erreichen. Und hier gilt die Bempeduinsäure, ein experimentaler Wirkstoff, der die Cholesterin-Biosynthese oberhalb der HMG-QA-Reduktase auf Höhe der ATP-Citratlyase hemmt, dadurch zu einer relativen LDL-Reduktierung, Cholesterin-Synthese Reduzierung führt und dadurch zu einem LDL-Clearance im Gefäßsystem sorgt. Die Firma Aspirian hatte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Phase-3-Studien auf den Weg gebracht gehabt, das ist die Clear Wisdom Trial und der Clear Harmony Trial, Safety und Efficacy Studien und schließlich Clear Serenity und Clear Tranquility Studien, die die Wirkung von Bempeduinsäure entweder als Monopräparat oder in Kombination mit Ezetimib bei Patienten mit einer Hypercholesterinämie und einer Statinintoleranz untersuchten. Die Safety Studien zeigten interessanterweise keine Zunahme an unerwünschten Nebenwirkungen, interessanterweise eine leichte Zunahme an Therapieabbrüchen, eine leichte Zunahme an Gichtanfällen, was daran liegt, dass Metaboliten der Bempeduinsäure über den gleichen Transporter in der Niere wie die Harnsäure abtransportiert werden, aber ganz wichtig, deutlich weniger Myopathien, was daran liegt, dass die Bempeduinsäure als Pro-Drug in der Leber ausschließlich aktiviert wird und nicht in den Leberzellen metabolisiert wird und vor allem, wir haben eine deutliche LDL-Senkung trotz Statin-Therapie bis mindestens 21% LDL-Reduktion, was das Medikament Bempeduinsäure zu einem attraktiven Reservemedikament erscheinen lässt, wenn zum Beispiel die Statin-Schwelle erreicht ist. Vor diesem Hintergrund hat die EMA schon bereits vergangenes Jahr im Januar die Bempeduinsäure, wie gesagt, als Monopräparat oder als Kombinationspräparat mit ECT-Mip zur Zulassung empfohlen. Die Clear Outcome-Studie, welche 14.000 Patienten mit KHK untersuchen wird, begonnen 2016, deren Ergebnisse erwarten wir 2023. ein ebenfalls neues Medikament stellt die SI-RNA-Ingliseran dar, welche durch RNA-Interferenz die PCSK9 inhibiert und ein attraktives Medikament, weil es nur zweimal im Jahr subkutan injiziert werden muss. In der Orion-9-Studie konnte Ingliseran bei Patienten mit einer familiären Hypercholesterinämie das LDL um bis zu 50 Prozent reduzieren und für uns in unserem klinischen Alltag als Kardiologen, Angiologen bestimmt auch noch deutlich interessanter sind die Folgestudien Orion-10 und Orion-11, zwei Sicherheitsstudien, die Wirkung von Ingliseran auf Patienten mit KHK untersuchten. Das sind zwei identische Studien, was das Studiendesign angeht, wurden allerdings an zwei verschiedenen Orten, nämlich einmal in der USA und einmal in Europa und Südafrika durchgeführt und wir sehen auch hier eine deutliche LDL-Senkung, aber auch eine Reduktion des kardiovaskulären Risikos. Beide Studien waren hierfür nicht ausreichend gepowert, aber nichtsdestotrotz hat die EMA, auch wenn der Beweis einer Überlegenheit noch aussteht, ebenfalls Ingliseran im vergangenen Herbst zur Zulassung empfohlen. Ein Risikofaktor, der in den vergangenen Jahren eher unterschätzt worden ist, sind die Triglyceride, aber durch Subgruppenanalysen der großen vergangenen Studien, zuletzt noch einmal an neuer Bedeutung begonnen hat. Der Hintergrund ist folgender, dass man gesehen hat, dass Patienten mit Triglyceriden im oberen Drittel der Normalverteilung eine deutlich erhöhte kardiovaskuläres Risiko haben, im Vergleich zu Patienten mit Triglyceriden im unteren Drittel, nämlich bis zu 26 Prozent erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Zudem zeigen epidemiologische Studien, dass in unserer Bevölkerung heutzutage 25 Prozent der Menschen bereits eine Hypertriglyceridemie haben und dass die Inzidenz wahrscheinlich weiter steigen wird durch weitere steigende Zahlen von Diabetes Mellitus, Metabolischen Syndrom und Übergewicht. Das eigentliche kardiovaskuläre Risiko bei der Hypertriglyceridemie geht nicht aus von den Triglyceriden an sich, sondern von den Triglyceriden transportierenden Lipoproteine, welche das atherogene Apolipoprotein B transportieren. Das Wann sprechen wir von einer Hypertriglyceridemie? Ab Werten von 150 Milligramm bis 1000 Milligramm reden wir von einer moderaten Hypertriglyceridemie, ab Werten von über 1000 Milligramm von einer sehr schweren Hypertriglyceridemie. Und die Hypertriglyceridemie ist in klinischer Hinsicht in zweierlei Fällen relevant, denn bis zu einem Wert von 1000 Milligramm haben wir ein dosisabhängiges kardiovaskuläres Risiko und darüber hinaus Abwerten von über 1000 Milligramm steigt das Risiko für eine akute Pankreatitis. Hintergrund ist der, dass Abwerten von über 1000 Milligramm die Zahl der Lipoproteine nicht mehr steigt, sondern nur noch deren Größe. Und sehr große Lipoproteine sind nicht mehr in der Lage, das Gefäß Endothel zu passieren und damit eine KHK zu verursachen. Deshalb ist die KHK, das KHK-Risiko hier gedeckelt. Dennoch können darüber hinaus Triglyceride weiter durch die Pankreas Lipase hydrolysiert werden und für eine Inflammation im Pankreas führen. Nebenbei handelt es sich hierbei um nüchternen Triglycerid-Werte, denn die Nicht-Nüchtern-Werte sind aufgrund ihrer Fluktuation nur zum Screening geeignet. Man sollte den Nüchtern-Wert messen, wenn zum Beispiel der Screening-Wert größer 440 Milligramm pro Deziliter ist. Eine bekannte Hyperglyceridemie besteht oder bereits schon Komplikationen aufgetreten waren oder streng genommen, wenn man eine Medikation einleitet, die eine Hyperglyceridemie verursachen kann. Das sind Medikamente, wie wir sie heutzutage benutzen, Beta-Blocker, Diuretiker, Glycocorticoide. Das typische Lipid-Labor eines Patienten mit einer Hyperglyceridemie sieht folgendermaßen aus. Erhöhtes Gesamtcholesterin, normwertiges LDL und niedriges HDL. Man fragt sich jetzt natürlich, wo liegt hier das kardiovaskuläre Risiko, wenn das LDL doch im Normbereich ist. Und man muss berücksichtigen, dass bei einer Hyperglyceridemie nicht das LDL, sondern die anderen Lipoproteine, VLDL, IDL, vor allem erhöht sind und die haben ebenfalls durch Träger von Apolipoprotein B ein adrogenes Risiko. Und wie können wir die berücksichtigen in unserem Labor? Wir untersuchen das Non-HDL, also das Gesamt-HDL minus HDL oder wir lassen direkt das ApoB bestimmen. Was sind die Zielwerte? Hier gibt es ebenfalls vorgesetzte Zielwerte, analog zu den uns bekannten LDL-Werten. Man kann sich merken, dass das HDL niemals 30 mg pro Deziliter größer sein sollte als der LDL-Zielwert. alles natürlich risikoadaptiert und für das ApoB können wir uns merken niemals größer 100 mg pro Deziliter. Was machen wir, wenn wir eine Hyperglyceridemie diagnostiziert haben? Ganz wichtig als erstes sekundäre Ursachen identifizieren und therapieren. Das sind zum Beispiel die Sepsis, die Schwangerschaft und viele andere Medikamente. Als zweiter Schritt ganz initial eine Lebensstiländerung. Denn sehr effektiv ist der Verzicht auf Alkohol oder schnell metabolisierende Kohlenhydrate wie zum Beispiel das sind häufig süße Flüssigkeiten. Sind die sekundären Ursachen behandelt, das LDL und das Non-HDL aber dennoch erhöht, dann sollte man eine pharmakologische Therapie in Betracht ziehen mit dem primären Fokus auf die kardiovaskuläre Risikoreduktion, nämlich die LDL-Senkung und da kommen wieder die uns bekannten Medikamente in Spiel, Statine, Ectimib, PCSK9. Ist das LDL im Zielbereich, das Non-HDL aber weiterhin erhöht und hat der Patient zusätzlich ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko oder sind die Triglyceride sehr hoch, über 400 Milligramm pro Deziliter, dann kommt eine Triglycerid- spezifische Therapie in Frage und man weiß von den Fibraten, dass diese die Triglyceride effektiv reduzieren können. Die Helsinki Heart Studie konnte darüber hinaus zeigen, dass durch effektive Fibratherapie das kardiovaskuläre Risiko um mindestens 30% reduziert werden kann. Es gab dann allerdings eine Cochrane Analyse, die zu dem Ergebnis kam, dass aufgrund der Medikamentenindikation insbesondere Fibrate mit Statinen zurückhaltend verschrieben werden sollten und neuerdings zeigen Subgruppen Analysen, dass Patienten mit einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko von Fibraten dennoch profitieren könnten. Ob die Omega-3 Fettsäuren nach dem doch sehr positiven Reducer-Trial vom letzten Jahr weiterhin oder vielleicht neuerdings wieder eine Option sein könnte in der Therapie der Hyperglyceride muss sich zeigen und ob sich damals vielleicht der Fall war, dass die Kontrollgruppe mit einem Placebo therapiert wurde, welches selbst atherogene Effekte hat. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen die Key Messages für die Hyperglyceridemie eine Wiederholung der Triglycerid Messung sollte durchgeführt werden, wenn die Triglyceride größer 440 Milligramm pro Deziliter sind. Dann vor allem als erstes sekundäre Ursachenforschung. Man muss im Hinterkopf behalten, neben dem gedeckelten kardiovaskulären Risiko besteht ein sehr hohes Risiko für akute Pangidatiden. Eine Lebensstiländerung ist der Kernbereich der Therapie und Fibrate haben durchaus ihre Daseinsberechtigung bei hohem Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Schuler, vielen Dank für die tolle Übersicht. Ich bin immer begeistert, was sich im Moment in diesem Lipidsektor alles tut und wo der Fokus jetzt darauf gerichtet ist. Sachen, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm haben, haben plötzlich an Bedeutung gewonnen und sind mittlerweile ja auch evidenzbasiert. Insofern ist das ein tolles Thema. Auch vielen Dank für Ihre wirkliche Praxisanleitung und Hilfe, wie man sich im Alltag verhält. Wir haben hier im Chat folgende Frage. Bemperidonsäure kombinierbar mit jedem Statin oder bevorzugt mit Simvastatin 40 Milligramm? Lautet die Frage? Ist eine praktikable Kombination. Also Bemperidonsäure ist mit allen Statinen kombinierbar. Wie eingangs gesagt ist es vor allem gedacht als Reservemedikament zunächst erst mal als Reservemedikament Beifällen mit Statin Intoleranz. Aber beide Medikamente sind dennoch miteinander kombinierbar und effektiv. Da gibt es noch eine Frage. Kann medikamentös Einfluss auf Lipoprotein klein a genommen werden? Das ist wirklich eine gute Frage, weil man hat ja häufig erhöhte Werte und möchte eigentlich was tun. Gibt es da was? Nicht direkt. Nein. Das Lipoprotein A gibt große Forschung dazu, aber wir haben bisher noch nicht das Ausnahmemedikament, bei dem wir sagen können, das bekämpfte Lipoprotein A gezielt. Aber da sind trotzdem Studien auf dem Weg. Enttäuschende Antwort. Tut mir leid. Immerhin, das ist nun mal so, aber das würde wirklich helfen. Es gibt noch eine Frage und zwar haben wir häufig das Problem mit der Statinmyopathie. Welches Vorgehen schlagen Sie vor bei Statinmyopathie? Wichtiges Thema, wichtige Frage, wird häufig diskutiert. In 20-30 Prozent der Fälle tritt der Verdacht auf eine Myopathie auf. In 5% bewahrheitet die sich dann auch. Ich empfehle immer, wenn Symptome bestehen, dann ganz wichtig, nach alternativen Faktoren suchen, die diese Symptome vielleicht verursachen könnten, statt den Statin. Und dann ganz wichtig, niemals die Statintherapie einfach absetzen. Es gibt es gibt heutzutage so viele potente Alternativen, die man einsetzen kann. Besser verträgliche Lipophile Statine, Bempodeinsäure, Ingliseran, PCSK9-Inhibitoren, also ganz wichtig, die Möglichkeiten, die sich uns bieten, weiter nutzen, das Medikament auf gar keinen Fall einfach absetzen. Und ich glaube, Sie haben gemerkt, dass Herr Schuler ein echter Experte auf dem Gebiet ist, er lebt für die Lipidologie, ist aber sonst auch noch Kardiologe und Angiologe, konservativ und interventionell. Wenn Sie aber Fragen zu dem Thema Lipide haben, können Sie ihn sicher gerne anrufen, anschreiben oder mit ihm in Kontakt treten. Da kann er gerne auch im Nachhinein noch beantworten. Wir würden jetzt weiter im Programm gehen mit unserem nächsten Thema. Auch ein wirklich interessantes und alltägliches Problem, Thrombose, Lungenembolie, Antikoagulation, welche, wie lange? Und hier wird uns unsere Angiologin, Frau Dr. Marien, berichten über die neuesten Daten und interessante Studien. Sehr geehrte Kollegen, da draußen, Herr Professor Sievers, liebe Kollegen hier, mein Thema heute ist Thrombose und Lungenembolie. Das ist sicherlich ein großes Thema und die zehn Minuten, die ich zur Verfügung habe, ziemlich knapp. Deswegen möchte ich Ihnen ein paar wichtige Aspekte hiervon vorstellen, anhand eines klinischen Beispiels aus unserer Klinik. Zunächst mal schauen, also mit dem Zunächst zwei Worte zur Epidemiologie. Die venöse Thromboembolie, die sich klinisch als venöse Thrombose oder Lungenembolie manifestieren kann, ist die dritthäufigste Ursache für kardiovaskuläre Ereignisse hinter dem Myokard- Infarkt und Schlaganfall. Da muss man einfach mal sitzen lassen. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wie ungefähr die Remscheider- Population hier, der Thrombose ist zwischen 50 und etwa 160 bei Thrombosen und etwas niedriger zwischen 40 und 115 bei Lungenembolien. Die Inzidenz ist allerdings viel höher bei Patienten bzw. bei Personen älter als 80 Jahren, sodass wir parallel zu einer Alterung der Bevölkerung eine steigende Inzidenzrate der venöse Thrombose erleben. Man muss bedenken dass bei diesen Patienten aufgrund des Alters der Komorbiditäten die Mortalitätsrate auch viel höher ist, sodass die zügige und die adäquate Diagnose der Thrombose und der Lungenembolie von höchster Relevanz ist. So, jetzt zu unseren Fallbeispielen. Es geht um eine Patientin, eine junge Patientin, 19 Jahre alt, die kommt in unsere Ambulanz in Begleitung ihrer Mutter. Sie beklagt seit zwei Tagen eine zunehmende Belastung Dispneue. Sie hat keine wesentliche Vorerkrankungen, sie raucht nicht, allerdings was sie einnimmt ist seit drei Jahren die Pille. Sie hatte Beschwerden, aber nach näherem Befragen hat sie doch ein leichtes Zähnen im Bereich der Rechnung Wade. Sie wirkte insgesamt so klinisch stabil, der Blutdruck war in Ordnung, sie war aber Tachikat und die Sauerstoff Sättigung pendelte so zwischen 96 und 94 Prozent. Die Detimer-Werte waren erhöht, der Assistentarzt in der Ambulanz war fleißig und hat das direkt angekreuzt, sodass die Notaufnahme eine Computertomographie der Lunge bekommen mit Kontrastmittel und im zeitnahen Intervall auch eine Ultraschalluntersuchung der Beinvenen und hier wollte ich Ihnen zeigen, in der Computertomographie sieht man eine zentrale bilaterale Lungenembolie und in der Duplexuntersuchung der Beinvenen hier ist die Vena Poplitea ein Thrombus, wobei die Vene hier nicht komplett zu ist, sodass das erklären könnte, warum die Patientin zunächst keine so richtigen Beschwerden hatte im Bereich der Rechten Wade. Nun, was machen wir mit der Patientin weiter? Für die weitere Therapie benötigen die Patienten eine gewisse Risikostratifizierung und hierfür werden einige Parameter benötigt, unter anderen laborchemischer Natur, Betetroponinwert oder die Zeichen der kardiovaskulären beziehungsweise der rissventrikulären Dysfunktion in der Echokardiographie oder entsprechende neuen Leitlinien auch in der CT-Untersuchung. Und hier wollte ich Ihnen zeigen, das ist das computertomographische Bild der Patientin eben, wo das rechte Herz beziehungsweise der rechte Ventrikel wesentlich größer ist als der linke Ventrikel. Die Patientin hat die gleiche Zeichen auch in der Echokardiographie der rechte Ventrikel war groß sie hatte eine paradoxe septumbewegung erfreulicherweise hat sie sich im Verlauf erholt, sodass sie die Patientin entlassen werden konnte mit nahezu einem normalen echokardiographischen Befund. Sie hatte noch dazu einen positiven Troponin Test in der Laboruntersuchung. Nun hier sehen Sie die Tabelle mit der Kleidifizierung der Patienten bei akuter Lungenembolie. Und zwar in der ersten Spalte sind die Patienten mit einem hohen Früßmortalitätsrisiko. Es ist auch so, dass die Patienten bei Lungenembolie prinzipiell in zwei großen Gruppen geteilt werden können. Das sind die Patienten, die hämodynamisch instabil sind. Die Patienten, die diese Zeichen wie Schock und Hypotension nachweisen, die gehören hier in der oberen Spaltgruppe. Das sind die Patienten, die auf Intensiv kommen, Intensivmedizinisch betreut werden und gegebenenfalls die Reperfusionstherapie bekommen. Die andere Gruppe, das sind hier die Patienten, die klinisch hämodynamisch stabil sind. Hier fehlen bei allen diese Schock und Hypotensions Zeichen. Nur um die besser klassifiziert werden zu können, benötigen wir neben Troponin und neben der restventrikulären Belastungszeichen auch noch einen klinisch validierten Score. In diesem Fall heißt es den S-PASI-Score. Was ist dieser Score und warum ist er so wichtig? Der PASI-Score besteht aus einigen Parametern. Hier sechs. Das S kommt von dem Simplified. Das ist die vereinfachte Form. Und warum ist das so wichtig? Wenn die Patienten einen PASI-Score von null Punkte, haben die ein Risiko, ein frühes Mortalitätsrisiko von quasi 10%. Allerdings wenn dieser PASI-Score größer oder gleich 1 ist, dann haben die Patienten mit einem Schlag ein Mortalitätsrisiko von über 10%. In unserem Fall noch mal kurz zurück, die Patientin hatte ein positive Antroponin, hatte die Rechtsbelastungszeichen und ein PASI-Score von 1, so dass sie in dieser Kategorie mit dem Intermediären Hochrisiko einfällt. Was besagt die Leitlinie bezüglich der Therapie bei Patienten mit Lungendemolie und Intermediärer Risikokonstellation eben wie unsere Patienten? Diese Fälle kommen dann zur Überwachung auf der Intensivstation und sie erhalten eine Reperfusionstherapie nur im Falle einer Instabilität. Sobald die Patienten instabil werden, dann erhalten eben diese Reperfusionstherapie ansonsten werden die antikoaguliert. Die Antikoagulationstherapie kann mittels Heparine stattfinden oder wenn die Patienten soweit stabil sind, die können oral mit Medikamenten eingestellt werden und in diesem Fall, und das steht auch fixiert in den Leihlinien, da sollen die NOACs bevorzugt werden vor Vitamin-K Antagonisten. Mittlerweile gibt es Studien für alle NOACs, die besagen, dass die die gleiche Wirksamkeit haben mit einer hohen Sicherheit. Natürlich muss man die Kontraindikation verachten, das ist die schwere Niereninsuffizienz, Schwangerschaft oder die schwere Thrombophilie, da sind hier die unter anderem die Vitamin-K-Antagonisten oder die Heparin bei Schwangerschaft noch als Therapie der Wahl. Was passiert mit den Patienten mit Lungenembolie und Hochrisikokonstellation? Da wird hier natürlich Heparin verabreicht und bei hämodynamisch instabilen Patienten wie bereits erwähnt die Reperfusionstherapie. Die Reperfusionstherapie ist aufgewertet werden in den Leitlinien 2019 im Vergleich zu 2014 und zwar für die systemische thrombolytische Therapie von 2A auf 1 Empfehlung und die interventionellen Therapien entweder chirurgisch oder endovaskulär von 2B auf 2A. Was ist mit Therapie bei Lungenembolie Patienten mit Niedrigrisikokonstellation? Das ist natürlich die Antikoagulation mit NOAX und bei gewissen Patienten bei sorgfältig ausgewählten Patienten also mit Betonung auch auf sorgfältig da kann man die ambulante Behandlung in Erwägung ziehen. Was ist mit der langfristigen Antikoagulation Antikoagulationstherapie? Wann bekommen die Patienten und was für eine Antikoagulationstherapie? Das ist ja natürlich abhängig von den Risikofaktoren für eine Rezidivthrombose. Und hier sehen Sie in dieser Tabelle das sind hier oben die Risikofaktoren die mit einem hohen Risiko einhergehen und hier ganz unten da sind die Risikofaktoren mit einem niedrigen Risiko einhergehen und in der Mitte natürlich mit dem mittleren Risiko in unserem Gut die Leitlinie empfiehlt eine Antikoagulation über drei Monate für alle Patienten mit Lungenembolie mit einer einzigen Ausnahme und zwar das sind die Patienten die eine Lungenembolie bekommen im Zusammenhang mit einem stark transienten oder reversiblen Risikofaktoren wir haben gesehen in der unteren Spalte die grüne Spalte da sind die Faktoren mit einem geringen Risiko wie zum Beispiel Trauma mit Fraktur wenn das Risikofaktor weg ist dann ist das Risiko für eine Rethrombose gering hier nochmal tabellarisch dargestellt therapeutische Antikoagulation für mehr als drei Monate für Patienten mit Lungenembolie empfohlen Empfehlungsklasse 1a und hier nochmal zur Erwähnung und ganz wichtig wenn eine langfristige Antikoagulationstherapie dass man an die reduzierte Dosis denkt mittlerweile gibt es Studien für die zwei Präparate Rivaroxaban und Apixaban für Rivaroxaban die 10 Milligramm Dosis und Apixaban 2,5 zweimal täglich mit einer sehr hohen Sicherheit für die Patienten bei sehr guter Wirksamkeit die Tumor die Tumor 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 Erkrankungen sind Tumor Erkrankungen und deswegen die Frage was ist bei der Antikoagulation zu beachten bei Patienten, die Tumorerkrankungen haben, Frau Marien? Vielleicht können Sie da noch Stellung nehmen. Ja, das ist aus Zeitgrund, habe ich das Thema gar nicht mehr angesprochen. Die Tumorpatienten, die benötigen natürlich eine besondere Antikoagulation, denn die haben im Allgemeinen ein hohes Risiko für Thrombosen und auf der anderen Seite auch ein hohes Risiko für Blutungen. Deswegen muss man immer dann die Risikofaktoren und die Neigung dann abwägen. Prinzipiell ist es aber so, dass die Patienten mit einer aktiven Tumorerkrankung initial mit Heparin behandelt werden sollen. Und dann je nachdem, was für eine Art von Tumorerkrankung, das muss natürlich auch berücksichtigt werden, aber ich möchte jetzt nicht über Einzelheiten erzählen, also je nachdem, was für eine Art von Tumorerkrankung, je nachdem, wie der Patient zu der Therapie auch steht, der muss ebenfalls involviert in die Therapieentscheidung und ob da Interaktionen mit Chemotherapeutika zu erwarten sind. Wenn also einigermaßen stabil ist und diese Probleme geklärt sind, dann kann man mit NOAX aktuell sehr gut behandeln, sodass die Patienten an sich auch entspannter sind, zufriedener sind und neben eben der erhöhten Sicherheit mit diesen Medikamenten auch eine bessere Lebensqualität dann haben. Prima, vielen Dank, Frau Marina. Wir sind jetzt zunächst im Chat. Doch, da ist gerade eine Frage. Akute Lungenembolie und ein Monat später PCI mit beschichtetem Stent. Wie vorgehen? Vielleicht eine kurze Antwort. Ja, das ist ja wahrscheinlich die, müsste ich natürlich wahrscheinlich mit meinem Kollegen nochmal dazu, der die Studien hier vorgestellt hat, den bitten, nochmal das zu besprechen, weil die akute Lungenembolie, wenn die Patientin sich stabilisiert hat, das natürlich mit NOAX durchaus zu behandeln ist. Genau, also ich sag mal, vielleicht kann ich einen Vorschlag machen für die Situation ist, wir haben ja, Kollege fragt oder Kollegin fragt, einen Monat später, das heißt, wir haben bei den meisten Antikoagulantien ja, wenn wir jetzt Leveroxaban nehmen, haben wir drei Wochen im Grunde genommen erhöhte Therapie und kommen ja dann nach zwei bis drei Wochen in die Situation, dass wir dann bei der Normaldosis des NOAX sind, wenn man die NOAX nimmt, sodass man dann eine Kombinationstherapie machen könnte, wie Clopidogrel plus eines der entsprechenden NOAX, um eben hier eine Kompromisslösung zu finden. Aber das ist sicherlich eine individuelle Entscheidung, wie das Blutungsrisiko sich verhält bei dem Patienten. Aber eine super interessante Frage, ich denke, hier muss man einen Kompromiss finden zwischen einem Plättchenhämmer plus eben einem ausreichend dosierten NOAX. sicherlich auch in Anbetracht der Nierungsfunktion, das müsste man alles zunächst mal berücksichtigt werden und dann eben die Lösung finden. Gut, dann bedanken wir uns bei Frau Marien. Vielen Dank für den interessanten Vortrag und die Praxisanleitung auch und gehen dann zum nächsten Thema über. Bevor wir danach eine Pause machen, möchten wir jetzt noch uns mit dem extrem wichtigen und tollen Thema Herzinsuffizienz befassen. Wir haben ja hier am Sanaa Klinikum Remscheid auch einen Schwerpunkt in der Herzinsuffizienz. Wir sind von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Schwerpunktzentrum für Herzinsuffizienz zertifiziert worden, sehr früh schon als Nummer eins in Deutschland. Deswegen sind wir stolz drauf und befassen uns eben auch im Wesentlichen mit diesem Thema. Und aktuelle Studien zu dem Thema strukturelle Herzerkrankung und Herzinsuffizienz wird uns jetzt Herr Dr. Abi Haider vorstellen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die nette Einleitung, Herr Sievers. Ich werde ja über die aktuelle Studien zur Herzinsuffizienz vortragen mit meinem Kollegen Dr. Krüger. Ich werde zwei große Studien vorstellen, die im letzten Jahr publiziert worden sind. Einmal die Empiridius-Studie und einmal die Viktoria-Studie. Das sind meine... Disclosures. Einmal kurz zur Einleitung, ein bisschen Epidemiologie. Die Herzinsuffizienz ist eine globale Pandemie. Wir haben eine höhere Prävalenz. Über 60 Millionen der Menschen weltweit leiden an einer Herzinsuffizienz. Eins von fünf haben das Risiko, im Laufe des Lebens auch eine Herzinsuffizienz zu entwickeln. Wir haben eine höhere Rate von Morbidität und Mortalität. 50 Prozent der Patienten, der Hef-Reft-Patienten, versterben innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose, trotz optimaler Therapie und trotz Vorschritten. Wir haben auch eine höhere Belastung für das Gesundheitssystem. Die Herzinsuffizienz ist die Nummer eins bei Krankenhausaufnahme, weiterhin trotz optimaler Therapie. Das zeigt, dass der Bedarf an weiteren Therapien noch notwendig ist. Das Restrisiko bei HF-Reft-Patienten, bei Herzinsuffizienz-Patienten mit reduzierter Bump-Funktion bleibt trotz aktuellem Therapiestandard, trotz optimaler Therapie, weiterhin erhöht. Wir könnten in den letzten 20 bis 30 Jahren eine nahezu Halbierung der kardiovaskulären Mortalität durch eine Inhibierung der Neuroendokrine Aktivierung, zuletzt mit Ani in dem Paradigm-HF-Studie mit einer relativen Risikoreduktion von 20 Prozent. Nichtsdestotrotz bleibt die höhere kardiovaskuläre bedingte Mortalität aufgrund von Hef-Reft erhöht. Die Hospitalisierung könnte auch stark reduziert werden, bis zu 80 Prozent durch diese Kombinationstherapie. Es ist wichtig, dass man frühzeitig die Therapie einsetzt und dass man frühzeitig auch kombiniert. Die Medikamenten wirken auch synergetisch in der Kombination zusammen. Daher ist die erste Studie, die ich hier vorstellen werde, ist die Viktoria-Studie, die wurde im letzten Jahr publiziert, die den Einsatz und Wirksamkeit von Verdi-Siguard bei Herzinsuffizienz-Patienten untersucht hat. Mit Verdi-Siguard haben wir einen neuen therapeutischen Ansatz, mit neuem visiologischen Einsatz als Therapie. Wir wissen, dass bei Herzinsuffizienz-Patienten auch durch oxidativer Stress, durch eine endotheliare Dysfunktion und chronische Inflammation eine verminderte Verfügbarkeit von Stickstoffmonoxid von NO aus den Endothelzellen, was zu einer verminderten Aktivität der löslichen Guanylatzyklase führt und Verminderung der Produktion von dem wichtigen Second-Mission-Zer-CGMP. Nun, Verdi-Siguard stimuliert diese lösliche Guanylatzyklase unabhängig von Stickstoffmonoxid und führt zur Erhöhung des Second-Mission-Zer-CGMP, was mit einer Reduktion der Fibrose, der Verdickung, der Versteifung und dem Remodeling im Bereich des Herzmuskels und zu einer Erweiterung der Herzgefäße führt. Das Studiendesign der Victoria Phase 3-Studie ist eine doppelblendend randomisierte Studie. Eingeschlossen wurden 5.050 Patienten mit einer EF unter 45 Prozent. Der Durchschnitt EF war 29 Prozent. Es ist Nihar-Klasse 2 bis 4 unter optimaler aktueller Herzinfizienz-Therapie. Das Wichtige auch an dieser Studie, dass diese Patienten auch in Akutverschlechterungereignis ihre Herzinfizienz haben. Das heißt, die hatten entweder eine Hospitalisierung in den letzten drei bis sechs Monaten aufgrund einer Herzinfizienz oder eine ambulante IV-diuretische Ergabe aufgrund einer Verschlechterung. Die hatten eine erhöhte NT pro BMP. Der Durchschnitt NT pro BMP war bei über 2.800. Die wurden auf Placebo und Verde-Squad randomisiert. Im Bereich des Verde-Squad erwirkte eine Dosiserhöhung im Abstand von zwei Wochen auf die Zieldosis von 10 Milligramm. Der primäre Endpunkt war der klassische Herzinfizienz-Endpunkt, ein kombinierter Endpunkt, Zeit bis zum ersten Auftreten einer Cardioviskale Tod oder Hospitalisierung aufgrund der Herzinfizienz. Sekundäre Endpunkte waren die separate Endpunkte, das primäre Endpunkt und weitere Herzinfizienz-Endpunkte. Medianes Follow-up-Zeit war um die elf Monaten. Einmal kurz zu Besler-Charakteristika. Wichtig zu wissen, dass diese Patienten, die eine akute Verschlechterung in der Herzinfizienz sind, sind eine krankere Patientenpopulation. Nah zu 80% waren hospitalisiert in den letzten sechs Monaten aufgrund einer Herzinfizienz. Die waren ganz gut behandelt. 15% hatten Ani und 6% hatten auch dreifach Medikation. 40% waren Nihaklasse 3 bis 4. Der primäre Endpunkt, der kombinierte Endpunkt, könnte durch Verde-Squad signifikant reduziert werden im Vergleich zum Placebo mit einer absoluten Risikoreduktion von 4,2%. Das entspritzt in etwa ein Number-Needed-to-Treat von 24. Diese Risikoreduktion ist auch in etwa der DAPA-Gliphezin in der DAPA-HF-Studie und von Sargobetril-Varsatan in der Paradigm-HF-Studie. Also gute Daten. Wir sehen auch, dass wir eine höhere Ereignisrate haben, dadurch, dass die Patienten auch schwer krank waren. Der kardivarskulärer Tod, der Trend war auch da zum primären Endpunkt, jedoch nicht statistisch signifikant mit einer absoluten Risikoreduktion von 1%. Treiber dieser primäre Endpunkt war, ich glaube, ich muss sagen, hier funktioniert nicht, jetzt, weil die Zeit bis zur ersten Hospitalisierung, die könnte signifikant reduziert werden mit einer absoluten Risikoreduktion von 3,2% und Number-Needed-to-Treat von 31%. Ich darf da einmal zusammenfassen. Wir haben mit Verisiguard einen neuen therapeutischen Ansatz, eine Stimulation der Lysikonelazylklase. Wir haben auch ein gutes Ergebnis erreicht bei dieser schweren, vulnerablen Patientenpopulation. Der primäre Endpunkt könnte signifikant reduziert werden mit einer absoluten Risikoreduktion von 4,2% und Number-Needed-to-Treat von 24%. Unerwünschte und schwer unerwünschte Ereignisse waren ähnlich in beiden Studienarmen. Wir hatten vergleichbare Raten auch an symptomatische Hypotonie und Synkopen. Zweite Studie ist die Empire-Reduce-Studie, die die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Empaglyphiziden bei HF-RF-Patienten auch untersucht hat. Wir wissen aus den kardiovaskulären Sicherheitsstudien der SGLT-2-Inhibitoren der Hintergrund, die guten Daten, die alle diese vier Substanzen erreicht haben mit einer signifikanten Reduktion der Hospitalisierung aufgrund der Herzinfizienz. Auch die Entwicklung von Herzinfizienz würde signifikant reduziert. Empaglyphizien könnte dann kardiovaskuläre Mortalität auch signifikant reduzieren. So dass die Kernfrage war, ob auch diese Daten bei Patienten mit diesen positiven Effekten, mit Herzinfizienz, unreduzierter Pumpfunktion auch übertragen werden kann. Auch unabhängig davon, ob diese Patienten Diabetes haben oder nicht. Die erste Studie war die DAPA-HF-Studie, die DAPA-Glyphizien untersucht hat und 2019 auch publiziert worden ist. Die könnte den primären Endpunkt auch signifikant reduzieren. Die Ampere Reduce, die ich jetzt gerade vorstellen werde, das Studiendesign, eingeschlossen wurden Patienten mit und ohne Typ 2 Diabetes. Die hatten eine symptomatische chronische Herzinfizienz, näher Klasse 2 bis 4, eine EF unter 40%. Der Durchschnitt EF war auch bei 29%. Und 20% wurden randomisiert auf Ampaglyphizien, 10 mg einmal täglich und Placebo. Medianer Nachüberwachungszeit war 16 Monate. Der primäre Endpunkt war auch ein kombinierter Endpunkt, Zeit bis zur ersten Hospitalisierung oder kardaviskaler Tod. Die sekundäre Endpunkte waren einmal die gesamte Hospitalisierung und einmal nephrologischer, die Rate der Abnahme der geschätzte EGFR gegenüber Baseline. Nun kommen wir zum Ergebnis. Ampaglyphizien könnte im Vergleich zu Placebo die primäre Endpunkt signifikant reduzieren. Wir haben eine absolute Risikoreduktion von 5,2% und haben eine Niedertutit von 19. Die Wirkung setzt auch früh ein. Wir sehen auch schon die Kufenseparation schon früh und besteht weiterhin über die Zeit fort. Gute Ergebnisse von Ampaglyphizien. Treibbar diese Risikoreduktion des primären Endpunktes war die erste Hospitalisierung aufgrund von Herzinfizienz. Hier hatten wir eine relative Risikoreduktion von 31%. Der Trend beim kardioverskulären Tod war da, jedoch nicht statistisch signifikant. Zweiter zirkulärer Endpunkt ist die Gesamthospitalisierung aufgrund von Herzinfizienz. Das heißt, nicht nur die Ärzte, sondern die rezipidierte Hospitalisierung. Die könnten auch durch Ampaglyphizien signifikant reduziert werden mit einer relative Risikoreduktion von 30%. Ampaglyphizien war ganz gut verträglich. Wir hatten ähnliche Raten an unerwischte und schwerunerwischte Ereignisse in den beiden Studien Armen, wobei die genitalen Infekte waren unter Ampaglyphizien ein bisschen höher als zu Placebo, während die schweren genitalen Infekte auch ähnlich waren. Ich möchte einmal zusammenfassen. Wir könnten mit Ampaglyphizien eine beachtliche 25% Reduktion des primären Endpunkt erreichen im Vergleich zu Placebo. Die Gesamthospitalisierung könnte auch aufgrund von Infizienz signifikant reduziert werden um 30%. Ampaglyphizien schützt die Niere, verlangsamt auch der EGFR-Abfall, ist nephroproduktiv und die kombinierten Nieren-Endpunkte aus der Lüsepflichtigkeit und Verschlechterung der EGFR könnten auch signifikant reduziert werden bis zu 50%. Ampaglyphizien war sicher. Wir hatten auch ähnliche Rate an Unerwischte und schwer Unerwischte Ereignisse. Es gab keine relevante Zunahme von Hepyotonien, Hipovolymien oder Hippoglykämie. Diese guten Daten von Epaglyphizien und Dapaglyphizien in der DAPHF-Studie haben dazu geführt, dass die ESC auch mit einem Potionenpapier, die beide SGLT-2-Hämmer auch empfiehlt, zur Behandlung von Patienten mit symptomatischer Herzinfizienz und reduzierter Pumpfunktion, um das Risiko für die Klinikeinweisung wegen Herzinfizienz sowie die kardiovales Mortalität zu reduzieren, unabhängig davon, ob diese Patienten Diabetes haben oder nicht. In der Subgruppenanalyse sowohl in der Amper Reduce als auch in der DAPHF haben beide Diabetiker und Nicht-Diabetiker von der Therapie profitiert mit signifikanter Reduktion des Primären Endpunkt. Die Ereignisrate war natürlich bei den Diabetikern deutlich höher, aber die Risikoreduktion war auch da in beiden Subgruppen. Auch die anderen vier Glyphlozine werden auch empfohlen bei Patienten mit TIP-2 Diabetes und kardiskulärer Erkrankung, um die Krankenhaushospitalisierung auch zu reduzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abihaider, für die schöne Übersicht. Jetzt haben Sie ja wunderbar dargestellt, dass die SGLT2-Hämmer auch natürlich bei Herzenssuffizienz unabhängig vom Diabetes einen Vorteil haben. Kann man denn im Grunde jetzt schon das umsetzen und auch diejenigen ohne Diabetes mellitus mit dem SGLT2-Hämmern behandeln? Oder müssen wir noch abwarten, bis das tatsächlich in den Leitlinien drin ist? Ich glaube, wir haben jetzt zwei große Studien mit der DAPHF und die Empir Reduced. Was ich noch nicht erzählt habe, es gab auch eine Meta-Analyse, die auch auf der letzten ERC vorgestellt worden ist, mit den beiden Studien, die auch konsistente Effekte gezeigt hat, mit einer Reduktion der Hospitalisierung und diese Meta-Analyse hat da auch gezahlt als 14% Reduktion der Cardio-Verscaler Mortarität, also eindeutig gute Ergebnisse. Wir haben von der ERC auch ein Positionspapier, der das empfiehlt. Die Herzinsuffizienz-Leitlinie ist ja gerade in Bearbeitung, die wird ja im Mai dieses Jahr noch veröffentlicht und ich glaube, da gibt es keine Frage mehr, dass diese SGLT2-Inhibitoren auf jeden Fall mit Klasse 1a empfohlen werden. Zuletzt wurde vor ein paar Wochen auch die SOLOIST-Studie veröffentlicht mit Sotaglyphicin, ein selektiver SGLT1 und SGLT2-Inhibitor. Auch tolle Daten bei Patienten mit Diabetes jedoch und Herzinsuffizienz auch akute Verschlechterung. Da könnte der Primärendpunkt auch signifikant reduziert werden. Mit Sotaglyphicin waren auch gute Daten bei Hefbev-Patienten in der Zulgruppeanalyse. Also da gehen wir auch in die Richtung. Wir erwarten auch die Ergebnisse der beiden großen Studien, die Delivery-Studie, die auch den Einsatz von SGLT2-Inhibitoren bei Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Pumpfunktion. Ich denke, dass da auch die positiven Effekte zu sehen werden. Es gibt keinen Grund mehr, diese Medikation nicht zu geben für Hef-Rev-Patienten. Eine Frage aus dem Chat, Herr Abir-Heider, ist, ob das offensichtlich ein Klasseneffekt ist von den SGLT2-Hämmern oder ob die Daten nur von den bisherig veröffentlichten großen Studien zu erwarten sind. Sie hatten selbst eine dritte Studie gerade erwähnt. Was meinen Sie? Es ist natürlich ein Klasseneffekt. Wenn man die kardiovaskuläre Sicherheitsstudien schon sieht, von den alle vier Glyphlozine auch eindeutiger Klasseneffekt sowohl für Herzen als auch für die Nieren, das muss man nicht vergessen. Die sind nephroproduktiv, die senken den entagglomerären Punkt und dann die kombinierten Endpunkte, was Niere angeht, sind signifikant. Sotaglyphozin, Dapaglyphozin, Empaglyphozin, es sind Klasseneffekte. In so kurzer Zeit, so viele Studien, die ja auch die Wirkungszeiten haben wir bis jetzt lange nicht mehr gehabt. Also im Grunde eine tolle Substanzgruppe, die nicht nur den Diabetikern hilft, sondern im Grunde auch den Herzinsuffizienten und die Kombination sehr interessant ist und da wirklich gute Daten, auch Mortalitäts- und Endpunktdaten gezeigt hat, sodass wir hier auch weiterhin noch positive Effekte erwarten, ähnlich wie wir das vom Valsatan Sacubitril in Tresto gesehen haben, bei der Herzinsuffizienz ebenfalls gute Daten, die durchgeschlagen sind, sodass wir hier auch unseren Patienten wirklich auch eine gute Therapie und moderne Therapie anbieten können. Hier ist noch eine Frage im Chat bezüglich des Veriziguard. Wann und wie würden Sie dieses Medikament einsetzen und welche Patientenpopulation würde besonders profitieren? Das ist auch eine gute Frage. Mit Veriziguard haben wir einen neuen therapeutischen Ansatz. Wenn man die Einschlusskriterien sieht, waren in der Viktoria-Studie schon krankere Patientenpopulationen, es wunderable Patientenpopulationen. Wir wissen, nach jeder Verstärkung der Herzinfizienz mit einer Hospitalisierung, das Risiko für Mortalität und für eine erneute Hospitalisierung erhöht ist. Die Patienten waren gut behandelt in der Herzinfizienztherapie und hatten trotzdem Benefit von Veriziguard. Ich denke, aus der Studie, die Patienten sind bei uns stationär aufgenommen werden, sind gut behandelt bezüglich der Herzinfizienztherapie, die haben eingeschränkte Pumpfunktionen und die würden schon von Veriziguard profitieren. Da wird die Hospitalisierung signifikant reduziert worden. Es gab auch eine Subgruppenanalyse und eine Posthaubanalyse bezüglich des NT-ProBMP. Die Effekte waren konsistent und positiv bis zu einem NT-ProBMP von 8000. Vielleicht ist das so ein Punkt oder ein Cut-Off, dass wir erstmal die Patienten rekompensieren hier bei uns und kurz vor Entlassung einmal den NT-ProBMP-Punkt auch bestimmen und wenn er weiterhin unter 8000 würde ich auch in der Klinik mit 40 Quad starten. Die Zulassung ist schon bereits beantragt für die Medikamenten und denke schon. Hier gibt es noch eine Frage mit Empaglyphozin bei Herzinsuffizienz ohne Diabetes. Ist die reduzierte GFR eine Kontraindikation für Empaglyphozin bei Herzinsuffizienz wie bei Diabetes? Bis 30 kann man die Therapie einsetzen. Unter 30 ist meistens bei den meisten Studien die Patienten ausgeschlossen. Das bringt uns immer in die Bredouille, wenn wir nephrologische Patienten haben mit GFR von unter 30. Sowohl in der Antikoagulation als auch in der modernen Herzinsuffizienz Diabetes Therapie ist das immer ein individueller und recht schwieriger Punkt. Jetzt machen wir weiter in den Block. Vielen Dank Herr Abi Heider mit aktuelle Studien zur strukturellen Herzerkrankung und Herzinsuffizienz und anknüpfen wird Herr Dr. Krüger mit auch noch neuesten Erkenntnissen und Studiendaten, die mit Sicherheit nicht weniger interessant sind als die Vorberichteten von Herrn Abi Heider Krüger wir freuen uns. Ja vielen Dank Herr Sievers vielen Dank Herr Abi Heider liebe Kollegen ich darf jetzt weitermachen mit dem Herzinsuffizienz Blog der zweite Teil und hier möchte ich Ihnen zunächst etwas erzählen zu dem doch relativ schwierigen Thema Herzinsuffizienz und Fung Lämmern es gibt interessante neue Daten die ich Ihnen hier auch gerne nochmal zeigen möchte insbesondere möchte ich hier eingehen auf die Kassel AF Studie und auf die EAST FNIT 4 Studie die uns hier doch neue Erkenntnisse gebracht haben was müssen wir beachten beim Thema Vorhofflimmern natürlich geht es immer um eine Rhythmus oder Frequenz Kontrolle wir müssen unsere Patienten einschätzen und überlegen was ist möglicherweise für die Patienten die geeignete Strategie und sollten wir uns für eine Rhythmus Kontrolle auch entscheiden gibt es dann im Prinzip die Entscheidung geben wir antirhythmische Medikamente oder würden wir die Patienten vielleicht sogar eine Ablation zuführen man kann natürlich auch eine Kombination aus beiden Verfahren anstreben das geht natürlich auch welche Daten gibt es jetzt wie gesagt einmal mit der Herz Insuffizienz das sind die Patienten die hier in dieser Kassel AF Studie eingeschlossen waren die Daten sind letztendlich waren das Patienten die sehr schwer krank waren die hatten alle eine Pumpfunktion von weniger als 35 Prozent und die waren interessanterweise auch schon alle mit einem ICD versorgt sodass letztendlich auch eine gute Rhythmus Kontrolle in der Studie dann möglich war das Studiendesign beinhaltete dann letztendlich eine Ablation für die eine Gruppe und eine rein medikamentöse Therapie für die andere Gruppe und signifikant überlegen war hier sehen wir den primären Endpunkt aufgetragen auf dem Dia Tod oder Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz und dieser primäre Endpunkt konnte signifikant um fast 40 Prozent relatives Risiko gesenkt werden und beide Unterpunkte waren auch entsprechend gesenkt also auch der Tod konnte signifikant vermindert werden in dieser Studie das bedeutet letztendlich als Message haben Sie Patienten die so stark Herzinsuffizient sind und Vorhofflimmern haben die sollten Sie tatsächlich eine Ablation zuführen das müsste die neue Standard of Gert Therapie sein Wie sieht es jetzt aus mit Patienten mit frühen Vorhofflimmern die noch nicht unbedingt Herzinsuffizient sind da ist letztes Jahr die East Effnet Studie publiziert wurde unter der Führung von Paulus Kirchhoff der Vorhofflimmer Papst der fast überall mit beteiligt ist hier geht es eben um die Patienten mit sogenanntem frühem Vorhofflimmern Das war so definiert dass das Vorhofflimmern erst seit weniger als einem Jahr bekannt sein durfte und zusätzlich mussten die Patienten aber auch gewisse kardiovaskuläre Risikofaktoren aufweisen Das bedeutet entweder mussten sie relativ alt gewesen sein also 75 Jahre oder älter oder sie mussten schon mal einen Schlaganfall an Tier durchgemacht haben oder aber zwei der folgenden Risikofaktoren waren präsent Bluthochdruck Diabetes KHK fortgeschrittene Niereninsuffizienz Herzinsuffizienz oder weibliches Geschlecht Letztendlich orientiert sich das so ein bisschen an dem Chetz-Vasco den Sie sicherlich alle gut kennen Man hat also versucht doch einigermaßen kranke Patienten auszuwählen um eben doch ein gewisses Risiko nachvollziehen zu können im Behandlungsverlauf Wie genau ist die Studie letztendlich durchgeführt worden Die Patienten wurden eins zu eins randomisiert entweder eine medikamentös antiarrhythmische Therapie oder eine Ablation und die andere Gruppe wurde sogar eine Standardbehandlung durchgeführt Das heißt im Prinzip eine Frequenzkontrolle Sollten die Patienten darunter symptomatisch sein durfte aber auch eine Rhythmus Kontrolle erfolgen Das wurde vom jeweiligen Studienarzt dann entschieden Hier sehen wir einmal aufgetragen wie genau die Patienten behandelt wurden in den beiden Studienarmen Links sehen wir die frühe Rhythmus Kontrolle und rechts sehen wir die Standardbehandlung oder Usual Care Auf der linken Seite sehen Sie dann dass im Prinzip zu Beginn der Behandlung fast 90% der Patienten in der Rhythmus Kontroll Gruppe mit Medikamenten versorgt wurden insbesondere Klasse 1C und Klasse 3 Antirhythmiker wurden hier eingesetzt und 8% der Patienten wurden mehr oder weniger direkt auch für eine Ablation randomisiert Im Verlauf stieg der Anteil der Ablations Patienten bis auf fast 20% an nach zwei Jahren und immerhin noch gut 50% der Patienten nahmen weiterhin auch eine spezifische antirhythmische Therapie ein Im Gegensatz dazu war es so dass in der Standardbehandlungs Gruppe initial kaum eine spezifische Therapie erfolgte so wie es auch vereinbart war man hat aber gesehen dass nach zwei Jahren doch immerhin auch sieben Prozent der Patienten im Verlauf abladiert worden waren und immerhin auch ungefähr sechs Prozent der Patienten auf spezifische antirhythmische Medikamente eingestellt worden waren was ist letztendlich rausgekommen bei der Studie die Studie wurde nach circa fünf Patienten Jahren nach der dritten Interimsanalyse abgebrochen weil der primäre Endpunkt wie man ihn vordefiniert hatte erreicht war es war zu einer 20% relativen Risikoreduktion gekommen zugunsten der frühen Rhythmus Kontroll Gruppe das bedeutet in dieser Gruppe wurde der kardiovaskuläre Tod Schlaganfall Hospitalisation wegen Herzinsuffizient oder wegen eines akuten Coronasyndroms signifikant vermindert die Patienten haben entsprechend von der Therapie profitiert man sieht auch dass die Kurven in der Grafik im Prinzip nach Beginn der Therapie direkt konstant weiter auseinander gehen jetzt muss man sich natürlich fragen kaufen wir uns mit dieser frühen Rhythmus Kontrolle mit den Interventionen die wir durchführen kaufen wir uns da irgendwelche Nebenwirkungen ein die möglicherweise eben den Therapieeffekt aufheben und dies ist aber nicht der Fall Sie sehen in dem Dia dass der primäre Sicherheits Endpunkt für beide Gruppen gleich ist es gab tatsächlich einige unerwünschte Ereignisse die natürlich auf das heißt es gab eine gewisse Rate von Breidikardien oder toxischen Nebeneffekten unter der medikamentösen Therapie diese waren aber extrem selten ja also jeweils weniger als ein Prozent der Patienten hatten solche Nebenwirkungen und insgesamt war eben der Sicherheits Endpunkt für beide Gruppen identisch was Sie hier sehen ist aber auch nochmal die Schlaganfallrate wurde signifikant gesenkt und die Rate des kardiovaskulären Todes wurde auch signifikant gesenkt jeweils um etwa 20 Prozent also das erste Mal dass in einer Studie wirklich gezeigt werden konnte dass eine frühe Rhythmuskontrolle einen prognostisch relevanten Effekt für Patienten mit Vorhofflimmern haben kann Ich fasse also noch mal zusammen frühe Rhythmuskontrolle ist assoziiert mit einem niedrigen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei Patienten mit frühen Vorhofflimmern die zusätzlich noch entsprechende Risikofaktoren aufweisen die Risikoreduktion war 20 Prozent relativ positiv fällt auch auf dass die Patienten nicht länger im Krankenhaus waren auch in der Rhythmuskontroll Gruppe also obwohl man Ablationen durchgeführt hat Kardioversion und andere Behandlungen waren die Patienten letztendlich in beiden Gruppen trotzdem gleich häufig und gleich lange im Krankenhaus es entstanden also keine wesentlichen Mehrkosten über die man vielleicht hier reden könnte anzumerken bleibt natürlich dass auch für viele Patienten weiterhin eine Frequenzkontrolle eine adäquate Therapie darstellen kann die sieht man unter anderem daran dass eben die LV-Funktion im Verlauf in beiden Gruppen nicht unterschiedlich war und auch die Zahl der symptomatischen Patienten die das Vorhofflimmern sozusagen bewusst bemerkt haben die war auch in beiden Gruppen nicht unterschiedlich nach zwei Jahren mehr unerwünschte Ereignisse assoziierten früher Rhythmuskontrolle das habe ich Ihnen eben schon gezeigt aber insgesamt eben bei gleicher Sicherheit damit möchte ich jetzt diesen Block abschließen und möchte Ihnen dann noch eine kurze Übersicht geben zum Thema Herzinsuffizienz und Angiotensin Neprilisin Inhibition das Medikament auf dem Markt das kennen Sie alle das heißt Entresto ist die Kombination aus Sacubitril und Valsatan und letztendlich gibt es drei große Studien die uns hier weiter in der Datenlage und in der Indikationsstellung vorangebracht haben die möchte ich einmal kurz anreißen sind spannende Daten man kann nicht alles 100% im Detail erklären aber ich denke schon dass ein gewisser Überblick sicherlich noch mal hilfreich ist auch für Nicht Kardiologen insbesondere Die Paradigm Studie war die Studie bei der die Patienten mit der reduzierten Pumpfunktion eingeschlossen wurden ist eben auch schon kurz angerissen worden das waren sehr kranke Patienten LV-Funktion kleiner 40% und Interesto wurde Standardtherapie also einem ACE Hämmer und letztendlich wurde hier ein Meilenstein erreicht der primäre Endpunkt konnte um 20% reduziert werden aber nicht nur getrieben durch die Hospitalisation sondern auch der kardiovaskuläre Tod war signifikant um 20% vermindert also wirklich ein Meilenstein in der Therapie Seitdem ist das Interesto fest verankert in den Leitlinien steht aber doch an relativ später Stelle insofern muss man sich halt auch fragen kann man das Medikament nicht auch gegebenenfalls früher einsetzen um den Patienten zu helfen und hier haben wir Daten aus der Pioneer HF Studie da sind die Patienten eingeschlossen worden die eine akute Herzinsuffizienz eine Dekompensation aufgewiesen haben die mussten auch eine relevant eingeschränkte Pumpfunktion haben kleiner 40% und erhöhte pro BNP Werte sie durften nur in dem Moment mussten sie stabil sein also keine Katecholamin Therapie oder andere unterstützende Maßnahmen es wurden nur stabile Patienten eingeschlossen auch hier wurde das Interesto wieder mit einem ACE Hämmer verglichen und letztendlich war die Studie im Prinzip so ausgelegt dass insbesondere die NT pro BNP Werte nach 4 und 8 Wochen kontrolliert wurden was haben wir gesehen ja das Interesto kann man auch sehr früh einsetzen auch bei akut dekompensierten Patienten die NT pro BNP Werte sind im Verlauf signifikant zurückgegangen und erfreulicherweise was auch getestet werden sollte diese Therapieform war sicher es kam nicht zu mehr Nebenwirkungen durch die Interestotherapie ja man hätte ja meinen können es kommt zu mehr Fällen von Hyperkalämie die Nierenfunktion verschlechtert sich die Patienten haben relevante Blutdruck Abfälle alles dies war nicht der Fall das Medikament konnte bei den ausgewählten Patienten sicher eindosiert werden und wurde gut vertragen als Nebeneffekt wurde was jetzt nicht signifikant war aber wurde eine niedrige Rate an Wiederaufnahmen wegen Herzinsuffizienz innerhalb von acht Wochen beobachtet insgesamt also Daten die einen eben auch an den frühen Einsatz von Interest zu denken lassen sollten so zum Abschluss noch das kontroverseste aller Themen die Herzinsuffizienz mit der erhaltenen Pumpfunktion wie gesagt ein schwieriges Thema weil es im Prinzip auch bisher keine durch Daten und Studien gedeckte etablierte evidenz gedeckte Therapie gibt möglicherweise ändert sich dies bald das kommt so ein bisschen darauf an wie man diese Daten hier auch interpretiert ich möchte Ihnen daher noch mal die Paragon Studio vorstellen die 2019 erschienen ist hier wurde das Interesto in Patienten getestet die per Definition eine erhaltene Pumpfunktion haben sollten wobei die Definition der erhaltenen Pumpfunktion in diesem Fall größer gleich 45% anzusiedeln war zudem wurde gefordert dass ein relevant erhöhtes NT pro BNP vorliegen musste damit eben die Diagnose einer Herzinsuffizienz gegenüber anderen Erkrankungen tatsächlich abgegrenzt werden konnte und die Herzinsuffizienz dementsprechend objektiviert werden konnte erfreulicherweise wurde das Interesse in dieser Studie auch mit dem Walsatan verglichen sodass wir hier im Prinzip auch den direkten Effekt des Sarkobitril relativ gut ablesen können die Studie hat große Hoffnungen geweckt am Ende gab es erstmal eine gewisse Enttäuschung weil der primäre Endpunkt leider verfehlt worden ist der primäre Endpunkt aus den Hartfälliger Hospitalisation und dem kardiovaskulären Tod der Tod war nämlich beim Tod zeigte sich keinerlei Trend aber wenn wir hier genau auf die beiden Grafiken schauen dann ist es so dass die Hospitalisation für Herzinsuffizient doch um 15% weniger waren unter dem Interesto und sich hier ein deutlicher Trend zeigte der letztendlich die statistische Signifikanz nur sehr sehr knapp verfehlt hat um dies noch mal genau zu beurteilen muss man sich aus meiner Einschätzung auch entsprechende Untergruppen anschauen und hier zeigten sich tatsächlich auch signifikante Trends insbesondere war es so dass Frauen von der Therapie profitierten jetzt fragen Sie mich bitte nicht warum da gibt es Spekulationen aber so richtig weiß das auch niemand und die Patienten mit der eher niedrig normalen LV-Funktion die profitierten signifikant mehr von der Therapie das ist der Balken rechts oben der rote ja also man hat letztendlich die Patienten in der Studie in zwei Hälften eingeteilt und man hat eine mittlere EF von 57 ermittelt und die Patienten die eben in der unteren Hälfte waren zwischen 45 und 57 die haben signifikant profitiert und die Patienten mit der hochnormalen LV-Funktion also 57 Prozent oder größer bei denen gab es überhaupt keinen Trend zu einem Profit die die anderen Sub waren alle nicht signifikant allenfalls mit geringen Trends insofern möchte ich darauf jetzt auch nicht weiter eingehen aufgrund dieser Daten und weiterer auch aus Phase 2 Studien ist Novartis daraufhin jetzt auch nochmal an die FDA herangetreten und hat ein Briefing Dokument vorgelegt was glaube ich 80 oder 90 Seiten umfasst wo nochmal die ganzen klinischen Daten auch zu den NT Pro BNP Werten im Verlauf unter Therapie und den Phase 2 Studiendaten vorgestellt werden und letztendlich ist es so dass jetzt tatsächlich eine Zulassung beantragt wurde für Patienten mit erhaltener Pumpfunktion Herz Insuffizienz aber die eben in dem niedrigen Quartil der LV Funktion sich befinden um eben tatsächlich Heart Failure Hospitalisation und Zunahme der Herzinsuffizienz tatsächlich zu vermeiden Am Ende dieses Briefings gab es eine Abstimmung bei der FDA und die haben tatsächlich mit 12 zu 1 diese Daten als sehr positiv bewertet und im Prinzip ist es so dass eine Zulassung auch hier durchaus zu erwarten ist im Laufe dieses Jahres Ich möchte daher noch einmal ganz kurz zusammenfassen Was wissen wir zur Angiotensin Niprilisinin Inhibition Wir wissen aus Patienten mit Reluzitter Pump Funktion sehr sehr stark profitieren Das war die Meilenstein Studie die ich am Anfang gezeigt habe Wir sollten aber auch beachten dass tatsächlich das Interesse so auch früher gegeben werden kann bei akut dekromensierten Patienten als Firstline Therapy dass wir eben nicht so lange warten sollten um diese Therapie dem Patienten nicht vor zu enthalten Zudem geht es war noch eine abschließende Bemerkung eben zu der Herzinsuffizienz mit der erhaltenen Pump Funktion das Interesse konnte auch hier zumindest die Herzinsuffizienz Hospitalisation um 15 Prozent senken das war jetzt nicht signifikant aber nur knapp am Ziel vorbei und die Subgruppen Analyse habe ich Ihnen gezeigt Frauen und die Patienten mit der tendenziellen niedrigen LV Funktion haben profitiert und wir erwarten tatsächlich jetzt auch eine Zulassung für Jahres gut das war einmal der Ritt durch diese ganzen Daten ich hoffe es war einigermaßen verständlich ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit vielen Dank Herr Krüger war es war eine gute Zusammenfassung eine schöne Übersicht vielen Dank Ihnen vielleicht zum Interesse noch haben ja viele niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen die Problematik dass Medikament relativ teuer ist und sie möchten es verordnen aber dann gibt es oftmals Schwierigkeiten mit den Arzneimittel Budgets es gibt da aber Möglichkeiten unsererseits auch dass in den entsprechenden Arztbriefen aus der Klinik heraus deutlich zu machen dass der Patient davon profitiert und da eine Hilfestellung zu leisten wie machen wir das wir haben da auch entsprechende Textblöcke vorbereitet die auch in den Arztbriefen erscheinen dass das Interesto eben auch als Praxis Besonderheit gewertet wird und eben das Budget nicht speziell belastet ich hoffe dass das in jedem Arztbrief auch drinsteht ich kann es leider nicht garantieren aber wie gesagt für die Patienten bei denen wir eben auch hier diese Daten haben und wo der Effekt entsprechend gut nachgewiesen ist denen sollte man das Medikament auf keinen Fall vorenthalten vielleicht da noch mal nachhaken wenn wir jetzt ja was ja in den Studien die sie auch gezeigt haben deutlich wurde dass Interesto im Grunde genommen auch profitabel ist für die Patientinnen und Patienten die gerade also relativ akut dekompensiert sind würden wir natürlich relativ früh starten inwieweit muss man denn da noch fordern dass man vorher sozusagen ACE AT1 Blocker irgendwie schon an ausdosiert hat oder gibt man dann nicht mit Interesto First Line in die Therapie hinein und was hat das wiederum für den ambulanten Bereich für Auswirkungen wenn wir das empfehlen und die Kollegen das nicht umsetzen können weil dann vielleicht diese Sonderbedarfsziffer nicht zieht denn die ist ja auch gekoppelt an einem gewissen Vorlauf von ACE oder AT1 Blocker Also ich glaube auch dass sicherlich die kommenden Herzinsuffizienz Guidelines sich dazu nochmal explizit äußern werden die Daten aus der Pioneer Age Studie zeigen Therapieoption und natürlich kommt es letztendlich auch darauf an dass wir in der Klinik eben auch Hausärzten oder niedergelassenen Kardiologen das entsprechend vermitteln möglicherweise auch per Telefon oder wie auch immer dass wir eben für den und den Patienten jetzt hier die Indikation sehen indirekt auch mit Interesto zu behandeln um eben die Rate an Rehospitalisation entsprechend zu vermeiden und zu verhindern Ja Herr EAST EFNET Studie wie viele Patienten waren denn in beiden Gruppen im Studienverlauf tatsächlich im Sinusrhythmus und wie wurde dies kontrolliert und dann noch eine Zusatzfrage dazu wie viele Patienten waren antikoaguliert Also in der EAST EFNET Studie war es so dass die Patienten die eine Rhythmuskontrolle erhalten sollten die sollten zweimal pro Woche per Telemonitoring ein EKG an das Studienzentrum schicken und falls dann auch Vorhofflimmern aufgetreten sein sollte wurden die Patienten entsprechend auch kontaktiert und mit ihnen die weiteren Schritte besprochen sodass da eine relativ sozusagen engmaschige Kontrolle zumindest in der Rhythmuskontrollgruppe erfolgte und man kann dann am Ende sagen nach ein beziehungsweise zwei Jahren war es so dass in der Rhythmuskontrollgruppe etwas über 80% der Patienten im Sinusrhythmus waren und in der Frequenzkontrollgruppe waren ungefähr etwas mehr als 60% noch im Sinusrhythmus wie gesagt soweit man das aufgrund dieser Nachverfolgung sagen kann es gibt natürlich auch viele eben stumme Vorhofflimmer Episoden die viele Patienten auch nicht merken aber in Anbetracht der relativ doch engmaschigen Nachverfolgung denke ich schon dass diese Werte einigermaßen sinnvoll sind am Ende und dann war glaube ich noch das mit der Antikorgulation das war in beiden Gruppen nicht unterschiedlich nach zwei Jahren waren in beiden Gruppen ca. 90% weiterhin effektiv antikorguliert Okay vielen Dank dann haben wir noch eine letzte Frage bitte um kurze Antwort kein prognostischer Benefit für die Rhythmus für die Rhythmus Therapie kein prognostischer Benefit für Patienten mit Rhythmus Kontrolle warum Applations Strategie dann bevorzugen Wir haben ja gerade gesehen dass für die Patienten mit dem frühen Vorhofflimmern tatsächlich ein prognostischer Effekt da ist für die Rhythmus Kontrolle jetzt waren in der Studie was ich auch gezeigt habe ja ungefähr 20% der Patienten mit der Rhythmus Kontrolle wurden mit Ablation behandelt insofern kann man natürlich nicht genau nachvollziehen welchen Effekt hat die Ablation Therapie auch auf den prognostischen Vorteil der ja gezeigt wurde die Autoren spekulieren auch dass je mehr Patienten man abladiert der prognostische Vorteil wahrscheinlich sogar noch größer werden sollte weil eben nicht so viele Medikamente weitergegeben werden müssen und weil eben auch in entsprechenden Zentren auch die Komplikationsrate im Verlauf dieser Ablation relativ gering ist das haben wir auch an den Nebenwirkungen an der Sicherheitslage gesehen und der prognostische Effekt der war relativ klar der Tod konnte 20 Prozent reduziert werden und auch die Schlaganfallrate konnte 20 Prozent reduziert werden in der Gruppe mit der frühen Rhythmus Kontrolle insofern Ablation ist ein Thema für sich das lässt sich aus der Studie allein natürlich nicht heraus projizieren aber das was ich bei Kassel AF gezeigt habe für die herzens insuffizienten Patienten da ist die Ablation definitiv auch zu bevorzugen gut ich bin mal jetzt denke ich haben wir alle Fragen soweit beantwortet und sind soweit vielen Dank Herr Krüger für die Ausführungen sind soweit dass wir jetzt eine Pause machen bis 10 50 und um 10 50 würden wir weitermachen mit Fallbeispiel Intervention an Herz und Gefäßen das heißt das Ganze wird aufgelockert da wird es einige Fälle interessante Fälle geben viele Bilder zum gucken und zum genießen nach dem ersten Block Herz und Gefäße zu bieten wünsche Ihnen jetzt erstmal eine angenehme Pause und uns natürlich auch bis gleich